Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ha 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 ha! Und hat in diesem Fall auch die beliebten Haarfüße erstmal beiseite gespült, aber wer sind wir eigentlich? Zum einen sitzen hier einmal mehr jemand, der mich jetzt hier dauerhaft mittlerweile unterstützt, der Lasse. Hallo! Und natürlich auch wieder ein Gast aus unserer Tele-Stammtisch-Redaktion, das erste Mal dabei bei Rings of Power, ich glaube bei Obi-Wan ja auch schon, machen wir es kurz, der Kenny, hi! Einen sowas von traumhaft, wunderschön, guten Tag, mein lieber Mellon! Ja, Mägo-Wanen-Mellon! Ha ha ha! Du hast gut reden, hier ist Dreckswetter. Bei uns kommt gerade so ein bisschen die Sonne raus. Ja, und ich bin natürlich, das ist so bescheuert, entweder wird mir vorgeworfen, ich nehme mich zuerst, oder aber ich vergesse es einfach, ja, ich bin der Dom. Das ist der Dom, ja. Genau, wie ich leib und lebe. So, Kenny, du bist ja zum ersten Mal mit hier dabei, magst du kurz sagen, wie du so zu Herr der Ringe stehst und wie dir jetzt auch im Hinblick darauf, dass wir jetzt schon in der Halbzeit der ersten Staffel sind, wie dir das bisher alles so gefallen hat? Ja, gerne, wie viel Zeit haben wir denn? Ich würde gerne ein bisschen ausholen, aber nicht so viel, ich versuche mich zurückzuhalten. Komplett, Gott! Also, der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs ist für mich der beste Film aller Zeiten. Das heißt, alles, was da irgendwie kommt, muss sich an diesem irgendwie messen, sei das an Kostümen, an Musik, ich meine, der Soundtrack bitte, ich meine Lasse, ne? Ja, der Soundtrack, Howard Shore, ich meine, ich habe sie alle auf Schallplatte, ist großartig, ich liebe es einfach, wirklich, diese Musik schafft es halt wirklich, wenn die irgendwie irgendwo läuft, dass ich instant quasi nach Mittelerde teleportiere. Ja, ja, ja. Mir steigen nicht bei mir die Haare hoch, ich kriege da Gänsehaut, das ist einfach, boah, ne? Das Problem ist, wenn du die Musik dann woanders hörst, dann passt das halt überhaupt nicht. Bestes Beispiel damals, ein Man-of-Steel-Trailer, wo dann The Bridge of Khazad-Doom zu hören war und es tut mir leid, aber es gibt halt ein ungeschriebenes Gesetz, verwende niemals Musik aus Herr der Ringe für was anderes als Herr der Ringe. So, weiter. Das ist genauso wie bei, ich habe mal in irgendeinem anderen Horrorfilm den Song Goodbye Horses gehört und da dachte ich mir, tut mir leid, aber Silence of the Lambs, das ist deren Song. Auf jeden Fall, ja, der Soundtrack, absoluter Wahnsinn, ich liebe ihn, ich habe auch schon ihn live gehört. Da war auch einer von den Hobbits sogar mit dabei, als Schauspieler, es war in Leipzig eine Arena und ich glaube, es war entweder Mary oder Pippin, ich glaube, Pippin war es. Na, der kann ja auch singen. Das müsste Billy Boyd sein, weil der hat ja gesangstechnisch da zu tun. Genau, der war damit da und das war Wahnsinn, wenn dann dieser Chor anfängt, dieser hochoktavige Damen, Wahnsinn, da steigen die Haare auf, ich denke, kriege ich schon Gänsehaut. Okay, ich liebe die Filme, ich habe damals schon, wo ich noch Schüler war, habe ich immer gedacht, ich will unbedingt mal die Special Extended Edition auf DVD haben. Wo ich dann endlich in der Ausbildung war und Geld verdient habe, habe ich das gleich gemacht, da habe ich mir diese drei DVD-Boxen gekauft. Und irgendwann später, als dann Blu-Ray kam, habe ich mir natürlich die Blu-Ray-Box dazu geholt. Dann kamen natürlich die Hobbits, da habe ich mir die Hobbit Special Extended Editions gekauft, aber die einzelnen. Und dann kam diese Superbox, wo Hobbit-Unterherderinge drin sind. Und die ist mittlerweile vergriffen, das ist ein Sammlerobjekt. Diese eine Box, wo alle sechs Filme in der Special Extended Edition drinstehen, steht in meinem DVD-Regal ganz oben links, natürlich an erster Stelle. Es thront über der Welt. Ja gut, das Kronium. Also ich bin ein riesengroßer Fan, ich habe auch viele Videospiele gespielt. Auf jeden Fall, ich liebe es und es ist auch bis heute, ist der Herdering einfach so gut gealtert, auch wenn andere Filmkritiker was anderes behaupten. Es ist einfach großartig, ich liebe es und dementsprechend war ich gespannt auf die Serie. Allerdings habe ich mich mit den Trailern jetzt nicht so viel befasst, ich habe die nicht gehatet oder sonst irgendwas. Ich dachte immer so, ich warte einfach ab, bis das fertige Produkt da ist, dann rede ich darüber, als mich irgendwie sinnlos über Trailer herzuziehen. Und wie wir jetzt sehen, alle House of Dragons wurde gehypt bei den Trailern und Ringe der Macht wurde runtergeputzt und jetzt plötzlich reden alle über Ringe der Macht und niemand redet mehr über House of Dragons. Oh, das würde ich nicht sagen. Naja, so geht es mir zumindest meiner Blase, in der ich stecke. Also, ja, ich merke, dass Leute darüber reden, aber halt, ich bin da absolut weg und da kümmere ich mich gar nicht drum. Also House of the Dragon hat nach der Premiere, nach der Serienpremiere, hat das bestimmt 48 Stunden lang Twitter beherrscht. Also, und auch jedes Mal, wenn die neue Folge kommt, bei Herr der Ringe zwar auch, aber bei House of the Dragon scheint es nochmal deutlich mehr anzuhalten. Aber ja gut, darüber rede ich dann im House of the Dragon Cast mit dem Kollegen Paul, wo man auch gerne reinhören kann. Ja, übrigens, hast du schon Burnout oder weil du so viele Dinger hier schneiden musst? Och, bisher geht's. Also, Paul und ich teilen uns das ja. Ja, ähm, und, äh, ja, letzte Woche war schon ein bisschen, bisschen an der Grenze, aber, äh, ja, wir kommen hier vom Thema ab. Ja, auf jeden Fall, ähm, die Serie hab ich mir dann angetan oder angefangen mit meiner Freundin zusammen und ich war begeistert. Ich hab die erste Folge gesehen und dachte mir so, oh boah, geil, hab ich Bock drauf, viel weitergucken. Ja, dann, am nächsten Tag hab ich dann die zweite Folge geguckt, weil meine Freundin gemeint hat, ihr warst ein bisschen too much. Also, sie hatte ein bisschen Probleme mit der Länge der Folge und mit den vielen Cuts, die drin sind. Mhm. Äh, hat mich nicht gestört, bin ich mittlerweile aus anderen Serien auch gewohnt, wo das so gemacht wird. Ähm, und ich glaube, es war halt notwendig für die allererste Folge, dass du erstmal alle Charaktere da in den Topf reinwirfst, dass du erstmal so ein bisschen mitkriegst, worum geht's überhaupt, wen hast du da so alles. Mhm. Und jetzt haben wir ja endlich mal eine Folge, wo zum Beispiel nicht alle Handlungsstränge gezeigt werden, so wo einer mal beiseite gelegt wird und ich will mir sicher, dann in der nächsten Folge werden wir dann dafür die wiedersehen, was anderes wird mal beiseite gelegt. Ja, aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich richtig positiv angetan. Manche optischen Sachen gefallen mir richtig gut, das sind zum Beispiel die Kamerafahrten über Städte, wenn so Kamerafahrten über Numenor oder Eregion und sowas gemacht werden. Ja, der Neu-Seelen. Wahnsinn, ne? Ja, das ist wunderschön. Denn dann gibt's mal so ein paar Stellen, die du auch schon angesprochen hast, zum Beispiel auf den Booten. Da siehst du immer so, das ist ein perfektes Boot, was sich irgendwie im Wasser bewegt, was irgendwie nicht da sein kann. Ja. Da siehst du so ein bisschen das CGI. Es gibt ein paar Momente, wo du denkst so, ja, hm, hätte man besser machen können vielleicht oder so. Aber ich bin im Großen und Ganzen absolut positiv angetan bis jetzt. Okay, ja, das war ja mehr oder weniger kompakt. Wir werden sehen, wie sich das jetzt bei dieser Folge entwickelt hat. Und es ist echt so krass, dass wir, dass jetzt schon wieder echt die Hälfte rum ist, ne? Ich weiß, lass dir, kann's nicht schnell genug gehen. Aber, äh, ja, also danach wird wahrscheinlich auch mindestens erstmal wieder anderthalb Jahre Pause sein, denk ich mal. Mann, fuck. Ach so, eine Sache würd ich gern noch erwähnen. Äh, ich hab zum Beispiel nicht alle Bücher gelesen. Also ich hab ja das Simmerion zum Beispiel nicht gelesen. Die, die Gefährten hab ich gelesen. Ich hab, äh, die, die zwei Türme hatte ich mal angefangen, nicht zu Ende gebracht. Ich kenn mich ein bisschen mit der Lore aus, weil ich viel in dem Lord of the Rings, äh, Fandom-Wiki da unterwegs bin. Äh, um mal so ein paar Sachen zu recherchieren, so über die Maya zum Beispiel und solche Geschichten, wo das, was halt nicht aufgegriffen wird in Herr der Ringe. Aber ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher mit dem ganzen Geschehnissen, die da vor tausenden Jahren passiert sind, mit dem ersten, äh, Krieg. Außer jetzt natürlich die Zusammenfassung aus Herr der Ringe am Anfang, wo du halt weißt, okay, da ist Isildur und der schlägt ihm den Ring ab und so, ne? Das, das weiß man halt. Aber du hast ja schon viele Sachen gesagt, wo du sagst, das kann so nicht eigentlich sein, weil das ist nicht ganz loregerecht. Ja, ja, ja. Das merke ich halt nicht, weil ich's nicht gelesen hab. Ja, mir geht's dann auch so. Und das ist halt das Problem, was ich zum Beispiel schon bei anderen Büchern hatte, die zu Filmen gemacht wurden. Sei es jetzt Harry Potter oder sei es Dune oder wo ich schon die Geschichte einfach kenne. Da fällt's mir einfach schwer, mich noch drauf einzulassen, weil ich's halt weiß, wie es wirklich ist oder wie es ablaufen wird. Oder ich schon weiß, ja, genau so muss es eigentlich sein. Und hier weiß ich's halt nicht. Von daher beträgt ich komplettes Neuland und dementsprechend bin ich nicht, hab ich nicht diese Vorurteile dafür, ne? Also ich hab nicht diese hohen Ansprüche, weil ich nicht weiß, was da auf mich zukommt. Und dadurch fällt's mir sicherlich einfacher, das zu genießen als andere, wie du jetzt zum Beispiel, die da in der Loche drin sind, die die ganzen Bücher gelesen haben und alles kennen. Auch die ganzen Anhänge und so, dass da vielleicht irgendwas nicht ganz im Kanon ist. Ja, ach, mittlerweile, also, so von, von, äh, unbedingter Treue zur Lore. Also, an und für sich bin ich nicht jemand, der das mal weiß, wie eng sieht. Und ich hab mich, ehrlich gesagt, auch schon nach der ersten Folge davon verabschiedet. Und eigentlich schon streng genommen, als die Macher, äh, gesagt haben, dass sie vieles einfach komprimieren müssen, was man auch verstehen kann. Weil, keine Ahnung, ob ich's im anderen Cast schon mal gesagt habe, aber wenn man das jetzt wirklich so nach zeitlichen Abfolgen etc. umsetzen würde, dann gäbe es manche Figuren, die vielleicht fünf Minuten Screentime haben und, äh, die würden dann alle zehn Minuten wechseln, mindestens. Mhm. Irgendwann. Da, da bekämpfst du keine Linie rein und deshalb ist es auch durchaus okay, was nur halt so ein bisschen ein Problem ist. Ich weiß halt bisher nicht so wirklich, wann die Serie jetzt genau spielen soll. Also, sie spielt zwar im zweiten Zeitalter, aber, äh, Galadriel war ja irgendwie mehrere Jahrhunderte auf der Suche und das Zeitalter, das umfasst ja immer so 3000 bis 3500 Jahre. Und wenn wir jetzt hier am Anfang sind, hier tauchen halt Figuren auf, die am Ende des zweiten Zeitalters halt, also hier Isildur, Elendil etc., die dafür halt relevant sind. Und da fragt man sich schon, wie sie das jetzt machen wollen. Es sei denn, sie sagen jetzt plötzlich, oh ja, das ist doch das Ende des zweiten Zeitalters. Aber das hätten sie dann eigentlich von vornherein sagen sollen und nicht irgendwie 3000 Jahre früher anfangen. Jetzt, hier macht sich auch allgemein, äh, in der, in der Folge, um so ein bisschen eine Überleitung zu schaffen, macht sich so ein bisschen, äh, dieses gewisse Zeitproblem bemerkbar, was auch viele Serien schuldig sind in dem Sinne. Ähm, dass hier, ähm, einiges an Zeit vergeht relativ schnell, ohne dass wir es wirklich exakt mitkriegen. Und deswegen halt, wir haben so bestimmt Anhaltspunkte, wo wir merken, okay, ein bisschen Zeit ist vergangen. Aber, wo man sich dann eben halt auch fragt, weil ja diese ganzen Handlungsstrange parallel erzählt werden, wie viel Zeit ist da jetzt vergangen? Oder sind wir hier jetzt in der Vergangenheit? Äh, wo es halt so ein bisschen, weil, weil wir halt, weil es hier in einem bestimmten Handlungsstrange einen gewissen Fortschritt gab, der nicht einfach mal so in ein paar Tagen zustande gekriegt werden konnte. Und, äh, das ist, das macht's halt teilweise ein bisschen schwierig. Ja, es ist halt immer die Frage, wie die Folge, äh, an sich immer damit umgeht, ne? Aber das werden wir dann jetzt hier herausfinden. Ich würd sagen, wir springen dann jetzt hinein, äh, in die große Woge, die wir auch relativ schnell hier titelgebend, äh, ins Gesicht bekommen. Wir, äh, wir starten nämlich, äh, zu meiner Freude, äh, direkt in Númenor. Und, äh, das hatten wir gar nicht so gesagt. Das ist nämlich hier die Hauptstadt Amenelos. Klingt natürlich auch so ein bisschen wieder griechisch-mythologisch auch, ne? Hier zum Beispiel bei Kampf der Titanen gab's auch, glaub ich, Argos. Mhm. Ja, und, äh, was sehen wir? Äh, erst mal Númenor. Also, halt, Amenelos, den Palast, wo ich mir dann auch so denke, mein Gott, Minas Tirith ist ja wohl ein Witz dagegen. Ist schon ganz schön groß. Ich muss ja sagen, also, äh, Kenny hast ja wahrscheinlich schon mitbekommen, ich hab ja meine Probleme an einigen Stellen mit der Serie, aber Númenor hat mich wirklich weggehauen. Also, das sieht, da, da sehen die Peter-Jackson-Filme teilweise altgegen aus. Wie gefällt das dir bisher so? Ich würd da gerne Urlaub machen. Ja, aber sowas von. Sieht sehr schön aus. Ja, aber kurz bevor es absäuft. Diese, ja, Spoiler. Ähm, diese, diese große, Zunge, die da an dieser Stadt oben ist, die so ein bisschen an Minas Tirith erinnert. Mhm. Das find ich ganz cool gemacht, weil da weißt du so, ah, okay, deswegen sieht Minas Tirith so aus, wie's aussieht. Ja. Weil halt, dass die Nachfahren davon irgendwie sind, die das dann so gebaut haben, ne? Ja. Da merkst du halt diesen, diesen Stil, Ja, ja, genau. Der da beibehalten wurde. Wie so ein, wie so ein Schiff halt. Das ergibt alles, ja. Ja, sieht geil aus. Und hier aber eben alles noch bunter und nicht eben dieses rein weiße, so etwas deprimierende Mausoleumartige. Das hier, hier hat man folgt, das steht in der Blüte seiner Zeit. Na gut, das, das, das Problem bei Minas Tirith ist halt, dass da das Umfeld dunkler ist, ne? Dort ist es halt so irgendwie eine schöne, grüne, saftige Insel, da passt das irgendwie farblich mehr rein. Und Minas Tirith ist halt einfach mal so kurz vorm Mordor. Ja. Ja, Minas Tirith ist ja vor allem zu dem Zeitpunkt, wo wir's dann sehen, am Ende des dritten Zeitalters, in den Jackson-Filmen, da ist es ja auch irgendwo echt verfallen, ne? Also da ist ja, der, der weiße Baum, äh, steht ja auch so ein bisschen sinnbildlich dafür. Den sehen wir ja hier auch nochmal und der spielt ja auch hier in der Szene eine Rolle. Denn wir sehen die Herrscherin, äh, Miriel im Hof stehen und dort sind mehrere Mütter, die anscheinend ihre Kinder segnen lassen wollen. Eines davon hat sie dann auf dem Arm, es soll den Namen Alinell tragen. Und bevor Miriel das dann aber irgendwie, ich glaub, sie trägt das so zu einem, also in diesem riesigen Saal trägt sie das irgendwie zu so einem, ja, zu so einem großen, ja, Fenster kann man's nicht nennen. Weiß ich auch nicht, wie man das nennen soll. Auf jeden Fall sieht man ... Das ist dann so ein großer Torbogen halt. Genau. Und, äh, bevor sie, äh, das dann dorthin tragen kann, bebt dann irgendwie kurz die Erde. Und sie sagt dann auch so, um die Leute zu beschwichtigen, ja, manchmal muss sich unsere Insel einfach nur strecken, auch wie ein Kleinkind. Aber die Insel muss sich nicht nur strecken, die Kronleuchter wackeln ordentlich und, äh, es kommt ein ziemlicher Sturm auf, der sie dann, äh, bepustet mit einigen Blättern, äh, des weißen Baumes Nimloth, der ja draußen steht. Und, ja, das ist so ein kleiner Vorbote. Das haben wir ja auch schon in der, äh, dritten Folge gehört. Auch, äh, was sie dafür ein Verständnis von hat, was ja dann später noch mal zum Tragen kommt. Und dann sehen wir draußen, ja, äh, ich hatte Roland Emmerich-Vibes, sagen wir es mal so. Plötzlich war es 2012. Ja, aber richtig. Aber richtig. Also, da dachte ich mir auch so, die haben einfach das Mönchskloster zu was anderem umgerendert. Es ist ja schön, diesen, diesen kulturellen Einblick auch zu kriegen. So dieses, oh, das ist eine, eine, eine Zeremonie, die da üblich ist und so. Halt so was ist immer cool, wenn man so etwas einbringt. Und, ähm, ja, schon so ein gewisser Schock. Wobei ich halt auch, ich hatte noch so ein bisschen, dadurch, dass ich halt auf Twitter unterwegs bin, lese ich ab und zu halt Kommentare, wo dann halt Leute bestimmte Sachen deuten und so bestimmte Sachen erzählen von Sachen, die später noch passieren und so. und entsprechend ist, äh, das hier deutlich, äh, äh, symbolisch, was hier passiert. Mhm. Ähm, allerdings ist es eine, ähm, ist es ein Traum, aber auch nicht ganz ein Traum, wie wir später sehen. Eine Vision. Genau, aber auf jeden Fall geht die Insel jetzt gerade, äh, noch nicht unter. Genau, sie, sie, sie erwacht. Und, äh, wir gehen, äh, zurück in die Straßen. Mhm. Wo wir, ähm, die, 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 die Tochter von, äh, Elendil sehen. Ähm, die hat so einen schwierigen Namen. Earien. Äh, Earien, Earien, genau. Die ist ja dazu erfunden. Genau, wo man ein paar, wo man ein paar Leute aufbegehren sieht. Diesen Gildemeister aus der dritten Folge, mit dem, äh, Hallbrand sich, glaube ich, angelegt hatte, der eben dieses. Ja. Also, indem er dieses Siegel gestohlen hatte. Und der fängt da wirklich an, jetzt die Leute so, ja, aufzuwiegeln gegen Galadriel, ne? Während zu Wutbürgern. Genau. Dachte ich mir auch so. Auf jeden Fall, die, die, äh, die finden es nicht gut. Die, die Elbe ist hier und, äh, oh, und unsere Königin, sie vernachlässigt uns als Volk. Das kriegt die Earien, äh, einfach nur mit. Sie ist, sie bleibt, bleibt stehen und schaut ein bisschen zu. Äh, dann schalten wir rüber zu, ähm, äh, Farason und, äh, seinem Sohn, den wir hier zum ersten Mal sehen. Mhm. Der, glaub ich, Kämen heißt, soweit ich weiß. Ja, genau. Und, äh, die sich, die sich ein bisschen, die sich ein kleines bisschen unterhalten. Und dann sehen wir Farason in seinem Element, in dem er das Volk auf seine Seite zieht und sagt, äh, Elben werden uns nicht beeinflussen. Ihr müsst keine Angst haben über eure Arbeitsplätze oder wie auch immer. Weil die haben halt auch Angst, oh, die werden uns, die werden uns verdrängen. Diese, diese unsterblichen Wesen, die, äh, nicht ermüden und so weiter. Die sterben nicht, die haben eine andere Handwerkskunst als wir. Ja. Und, äh, Farason, äh, stellt sich dann wirklich so, äh, in richtig schöner Populismus-Pose vor die und sagt dann, äh, also, schwört jetzt kein Eid oder so, aber er verspricht, dass er es niemals zulassen wird, dass das Ruder wortwörtlich Elbenhände übernehmen werden und sagt dann, dass, dass, das, äh, schwör ich irgendwie bei meinen schwieligen Händen, also von wegen, dass hier ist alles von Menschen gemacht, ne? Und, äh, die sind ... Mann des Volkes. Genau. Äh, das ist auch, Mann des Volkes ist hier auch generell interessiert. Weil die Szene, wo, äh, er und sein Sohn gezeigt werden, da läuft er ja irgendwie über einen Markt, glaub ich, und, äh, spricht dann mit verschiedenen Bürgern und sagt dann auch zu seinem Sohn, ja, wahre Staatskunst bedeutet es, sich sowohl den Kleinen als auch den Großen zu widmen. Und da merkt man schon, ja, Farason ist ja, also ist ja hier bekanntlich noch der Kanzler, aber man merkt, äh, der weiß schon irgendwo auch die Leute für seine Sache zu gewinnen, beziehungsweise weiß einfach, wie man sich zu präsentieren hat, ne? Wenn man sich auch irgendwo Macht und Einfluss erhofft. Und auf eine Art, die realistisch ist, wo man halt nicht denkt, oh mein Gott, dieser Typ ist obvious bad guy und so weiter, sondern er wirkt, äh, er wirkt genuine in seiner, in seinen Bemühungen. Und er wirkt wie jemand, äh, mit seinem Charisma und so weiter, wie jemand, auf den man da entsprechend hören würde, jemand, der sich auskennt. Und das ist ein, ein schönes Beispiel von der Serie, wie sie halt, wie sie halt Sache, die wir so aus unserer echten Welt kennen, einbauen, ohne dass es so in your face wirkt. Ja, schön. Sondern es kommt, es wirkt sehr logisch in dieser Welt mit verankert. So etwas, was hier logischerweise passieren würde. Und das fand ich sehr schön. Äh, Kenny, da du ja nicht so mit der Lore vertraut bist, äh, und ja auch unseren Cast noch, Schande über dich noch nicht ganz gehört hast zur letzten Folge. Ja, weil ich die Hälfte der dritten Folge noch nicht zu Ende gehört hab. Schande. Weißt du, ich, bevor wir angefangen haben, Leute. hab ich den Podcasten über alles gelobt. Ich hab, ne, nichts. Ach, alles, alles. Ziehste bitte mal das Messer aus meinem Rücken. Ja? Es läuft jetzt laut. Es ist ja nur ein Elbendolch. Es ist kein Elbendolch, keiner aus valyrischem Stahl. Ähm, wie wirkt denn so auf dich bisher so, äh, die, die Figur Farrazone? Ähm, es ist halt ein Politiker, ne? Ich mag Politiker nicht. Weil ich hab bei, das ist halt aber so ein, ich bin ein bisschen gebrannt, mag das Ding einfach, weil die echte Welt einfach zu kacke ist. Und ich hab House of Cards geguckt und, äh, und andere politische Sachen, ne, wo, wo es korrupte, korrupte Politiker gibt. Ähm, oder ich guck auch grad noch nebenbei The Boys. Und, äh, das ist ja überall irgendwo. Und immer, wenn irgendwo ein Politiker ist, da mit allem klarkommt, dann hat das immer irgendwie den Unterton. Ja, dann macht damit irgendwas Schlechtes. Äh, ja. Von daher, mal gucken, was da noch kommt, wie das weitergeht, äh, ist ja die Frage, wie, 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 wie wichtig wird er noch? Das weiß ich halt nicht. Oh, sehr. Sehr. Okay. Also, wenn sie sich an die Lore halten, dann wird der noch extrem wichtig. Hm. Äh, und, äh, vor allem auch, was den Untergang von Numenor angeht. Aber, äh, da verrate ich jetzt vielleicht, äh, äh, dann doch schon ein bisschen zu viel. Es ist auf jeden Fall eine interessante Szene und ich muss, also, da kann ich mich Lasse anschließen, es hatte für mich auch sehr, sehr viele Parallelen, wie heutzutage auch Populismus funktioniert, ne? Ja, also, alles sehr, sehr gut eingebaut. Das haben sie, das haben sie wirklich gut eingebaut. Das ist ja auch, äh, äh, ein gewisses Foreboding, weil man sieht dann, Pharrason klatscht sich dann irgendwie fast so ein bisschen ab mit diesem Gildemeister, ne? Und man merkt vielleicht, ja, äh, wie gilt der auch für ihn die Leute auf? Und er kann dann eigentlich nur noch so, also, der, der erntet das eigentlich, was, was der vielleicht für ihn sät auch so ein bisschen, ne? Ein, äh, ein, ein Hinweis darauf ist, wie schnell dann Leute Wein bringen, um zu feiern. Ja, ja. Als wäre das alles vorher schon vorbereitet gewesen. Ja, fast wie so eine inszenierte Wahlveranstaltung oder sowas, ne? Ja, genau, genau. So eine Rallye. Sehr, sehr clever, ohne, ohne, dass es irgendwie zu sehr offensichtlich, die überlassen es den ZuschauerInnen selbst so ein bisschen halt, ah, vielleicht, oh, oh, also, das ist sehr schön. Ja, was mich nur tatsächlich gestört hat in der Folge, und da setzt sich halt das fort, was ich schon generell in der Serie habe, aber insbesondere hier und dann auch noch mal in einem anderen Setting ist es sehr auffällig. Das sieht mir einfach alles nach wie vor zu clean aus. Naja, aber ich, mit dieser, mit dieser Nation hier und so weiter, finde ich, ergibt das durchaus Sinn, halt, die auch blühte ihre Zeit und alles ist sauber und schön. Ja, natürlich, aber das, das, klar, sauber und schön und so, aber es wirkt halt, also für mich wirkt es nicht wie Orte, wo wirklich Menschen leben. Diese, diese ganzen Sets, die wirken nicht gelebt. Und hier mag das noch irgendwie zu entschuldigen sein, aber dann später in den Südlanden ist es dann noch ein bisschen seltsamer für mich, aber da kommen wir dann gleich noch zu. Ah, okay, da bin ich gespannt. Auf jeden Fall gibt es noch ein kurzes Gespräch zwischen, ähm, zwischen die Harien und dem, äh, Sohn von dem Typ. Also, er, sie treffen sich hier zum ersten Mal, er nähert sich ihr, ähm, so ein bisschen an und sie ist aber, ähm, so ein bisschen freundlich. Ja, ja, wer auch immer, aber ich hab zu tun hier. Ja, er versucht sie wirklich schon so ein bisschen anzubaggern und hat dann irgendwie auch hier mit, äh, von wegen, ja, ich hab hier Wein von den, äh, Weinbergen am Mineltama. Mineltama ist, äh, nebenbei bemerkt, der, äh, größte Berg, äh, der in der Mitte der Insel Numenor ist. Ah ja, den haben wir ab und zu auch schon gesehen. Ähm, ja, so, der wurde zumindest angedeutet. Und, ja, die lässt ihn aber, glaub ich, da noch relativ abblitzen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, bleibt, bleibt höflich, aber, ähm, das ist im Moment jetzt, sie hat ihre eigenen Sorgen. Ja, wir bleiben länger in Numenor, dann gehen wir zu der, zu der Audienz, welche auch schon in der Menge angesprochen wurde. Finde ich, oh, sie kriegt eine Audienz bei der Kündigin. Genau, anstatt sie einzusperren oder wegzuschicken. Also, die, die Bürger, die befürchten halt wirklich, dass Galadriel irgendwie Einfluss auf Miriel haben würde, ne, von wegen. Ich mein, Galadriel hat sich ja auch wirklich ziemlich pumpig benommen am Anfang. Und, äh, als Dankeschön, dass sie dann auch noch ausgebüxt ist, obwohl sie eigentlich der Gast, in Anführungsstrichen, war im Palast. Äh, dafür bekommt sie dann auch noch eine Audienz und alles, ne. Und deshalb, also, so, ich muss sagen, so aus der Wahrnehmung der Bürger kann man schon verstehen, warum die da so, so argwöhnisch werden. Oh, natürlich. Aber wir erkennen, wir, wir kennen natürlich auch Galadriels, äh, Motive und Beweggründe und dass es eilig hat. Aber ja, sie ist, wo wir halt auch merken, sie ist nicht, sie ist nicht die Frau, die Elbin, die, äh, gut ist in diesen diplomatischen Sachen. Gar nicht. Jedenfalls noch nicht. Sie, sie, sie ist aufbrausend, sie ist sehr fordernd, ähm, und sie pocht natürlich auf ihr, auf, von wegen, ich hab recht, von wegen, ja klar, sie hat recht. Also, da ist ja definitiv was im Busch, das wissen wir, aber die wissen's nicht. Äh, aus deren Sicht ist es logisch, dass sie da entsprechend misstrauisch sind. Und eben auch, dass die da, ähm, ja offensichtlich auch eine gewisse Sorge haben, dass jetzt plötzlich eine Elbe dort ist, womit es ja auch gewisse Dinge aufsichert. Jedenfalls, äh, klappt das alles nicht ganz so gut und als sie dann auch noch, ähm, den, den Vater der Königin anspricht, dann wird sie sofort eingesperrt. Und, ähm, äh, genau, und das, das war dann der Wundepunkt anscheinend, das war der Tropfen, der es zum Überlaufen gebracht hat und dann wird sie einfach auch in der Zelle gesperrt, dort wo auch Heilbrand ist. Schöne, schöne Überleitung. Genau, das lief nicht gut. Hatte eine gewisse Ironie tatsächlich, die Szene. Man muss ja sagen, also, äh, die Mirielle, die versucht ja zumindest irgendwie mit ihr am Anfang irgendwie klarzukommen und ihr zu sagen, ja, wir, wir schicken euch jetzt, äh, zurück, beziehungsweise wir wollen damit eigentlich nichts zu tun haben mit eurem Ansinnen, von wegen wir, wir haben unsere Route gefunden und, und Galadriel verhält sich ja auch wirklich schon, ja, dreist, weil die ist ja nicht nur abgehauen, die hat, äh, äh, sich irgendwie von dann, gemacht, da alte Schriften gestohlen, während Heilbrand da, äh, Unruhe gestiftet hat. Und, äh, sie sagt dann auch, so oder so, der wird vor Gericht landen. Und Galadriel hat eigentlich mittlerweile nur noch das Ansinnen, dass der Bund zwischen Elben und Menschen erneuert wird, damit man den Südlanden gegen Sauron helfen kann. Und sie offenbart dann tatsächlich auch Mirielle relativ direkt die Identität von Heilbrand, also, dass der halt der verschollene König ist und dass man dem helfen soll. Und Mirielle ist dann auch eher so von wegen, ah ja, er ist der verschollene König, dann ist, äh, das war auch eine schöne Anspielung. Und dann sagt sie nämlich, dass, äh, Elendil hier ist dann wohl der Kaiser von Ruhn. Sagte euch vielleicht wahrscheinlich nichts, oder? Ich, äh, ich kenne, äh, auf jeden Fall den Namen Ruhn, aber ich, ich meine, ich weiß ja, wo es mit Elendil von der Lore her noch hingeht. Das ist so schwierig hier mitzuhalten, weil ich, ich kenne das nicht, ich kenne den nicht. Ich, 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 es gibt da ganz viele Theorien, wer Heilbrand überhaupt ist oder was, wer er werden wird. Mhm. Hast du, hast du denn eine? Ich hab mehrere. Also Nummer eins, er wollte ja irgendwie schmieden. Das heißt, er hat auch was mit schmieden am Hut, ja? Wir wissen, dass da eine, eine, eine Elbenschmiede gebaut wird, wo die Ringe dann geschmiedet werden, das weiß ich. Und ich weiß, dass, äh, Cere Brimbo, heißt der so, war das so? Ja. Cere Brimbo. Ja, äh, dass der diese schmiedet und noch jemand mit dabei ist. Ja, so, ich, ja, ich will jetzt nicht spoilern, ich, 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 ich hört sich zu weit aus, aber was ist, wenn er der schmiedige Hilfe ist? Darauf können sie hinauslaufen. Ich hab ja, es gibt verschiedene Leute, ich hab eine Theorie gesehen auf Twitter, wo, ähm, die sagen, Heilbrand wird später der, 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 der König der Toten sein. Oh ja, die hab ich auch gesehen. Ja, oder der Hexenkönig von Angmar, genau. Nicht der Hexenkönig von Angmar, aber halt, ich meine, Theorie war, er wird zu einem der Könige, die dann später die Nazgul werden. Na, das ist ja, der Hexenkönig von Angmar ist ja der Anführer von diesen Nazgul. Ja, klar, aber eben, aber eben das, der kann er eben nicht sein, weil Angmar ist ein vollkommen anderes Reich. Ähm, das ist im Norden. Ja, der, der König der Toten ist ja, ist ja der, äh, der dann hier Aragorn auf dem, auf dem Pfad der Toten, äh, also dem, dem Aragorn da begegnet, die, die ihren Eid gebrochen und, äh, sich versteckt haben, als Gondor sie zur Hilfe rief. Achso, die Theorie gibt's ja auch noch, dass er, der, der im Reich der Toten der König ist. Eben, und das ist, und das ist ja von der Location, wo die sich dann aufhalten, das ist ja nicht allzu weit weg von den Südlanden nun. Mhm. Also, das, das käme, das käme halbwegs hin. Das, das wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, ich glaube ja halt, ähm, er könnte durchaus zu einem der, ähm, der Nazgul werden dann, oder halt wenigstens könnte er, könnte sich so, 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 zu einem, irgendeinem Gefolgsmann werden. Es wäre dann eben eine sehr tragische Geschichte. In dem Fall wäre dann weniger der Aragorn verschnitt, als wäre dann so der Anakin Skywalker verschnitt. Wo wir gerade dabei sind, wir wissen ja, dieses Volk ist ja langlebig, ne, das ist ja, äh, die Dunedain, sind das schon die Dunedain, oder wären das dann später die Dunedain? Die Dunedain sind die Nachfahren der Numenora, ja. Okay, das heißt aber auch, die Numenora, das sind die, die haben ja auch ein langes Leben sicherlich, ne, was sie dann irgendwie erst im Laufe der vielen Generationen dann verlieren. Irgendwie diese Fähigkeit durch das Vermischen von, von diesen mit den Menschen, ne, verlieren die also langsam ihre Langlebigkeit? Wie alt werden die? Wie lange dauert das bis zum Beispiel jetzt Isildur, in dem Fall, wo er jetzt gerade immer ein Teenager ist, äh, bis er dann erwachsen ist und in, und in der Schlacht kämpft als Erwachsener? Wie lange dauert diese Phase? Das weiß ich nicht, aber Isildur ist ja nicht sonderlich alt geworden. Ja, in dem Fall als Vergleichsweise nicht, aber wir können davon ausgehen. Naja, Vergleichsweise, genau, man könnte, man könnte jetzt behaupten, ähm, dass er in der Schlacht ungefähr so alt war wie jetzt, wie Aragorn in Herr der Ringe, da war er ja auch schon 90, 80 oder sowas, obwohl er aussieht wie ein 40, 40-Jähriger. Das ist das Problem, was ich jetzt habe, nur weil er aussieht wie ein 16-Jähriger, muss er nicht gerade 16 sein, er kann ja schon 30 sein oder, äh, äh, ist dann der Schlacht, sieht er aus wie ein 40-Jähriger, ist in der Wirklichkeit schon 100 Jahre alt. Ich nehme an, dass er hier ein bisschen jünger ist, als er eigentlich aussieht, weil sie das ja meistens so casten. Ja. Ähm, ich denke mal, dass er vielleicht so um die 18, 19 sein soll. Hm. Also jedenfalls in unseren Jahren gerechnet. Also was man so pro forma sagen kann, dass die etwa dreimal so lange leben, wie ein normales Menschenleben, die Numenora. Ungefähr. Ah, ja, das gibt eine gute Perspektive. Na. Speaking of, das ist eine gute Überleitung, weil wir sehen ihn dann wieder auf dem Schiff in einem seiner Ausbildungstage und er fasst den Entschluss, nee, weißt du was, ich schmeiß jetzt mit Absicht. Ja, es ist die Frage, ob er, ob er mit Absicht schmeißt. Er wird ja wieder irgendwie von der, von der Stimme gerufen, ne? So ähnlich wie in der dritten Folge. Ja, die ruft die dort in den, in den Westen der Insel. Auf jeden Fall lässt er, ich glaube, es war relativ bewusst, auf jeden Fall lässt er da das Seil los, ähm, da passiert eine Panne. Und dann wird aber nicht nur er rausgeschmissen, sondern leider auch seine beiden Freunde. Ja. Was er absolut nicht gewollt hat, was die nächste Szene dann auch deutlich macht. Der, der, der Konflikt, das fühlte, das fühlte sich sehr real an, sehr, sehr, ähm, sehr fies. Und, ähm, die Reaktion der beiden ist absolut verständlich. Und es wollte, er wollte es ja nicht, aber halt, es ist halt leider passiert. Und ja, das, das, das war halt schon, das war eine gute, das war eine gute, ähm, Konfliktszene. Und, ähm, obwohl wir die noch gar nicht lange kennen, hatte ich halt den Effekt, oh nee, aber, ach, die tun mir leid, ist schade. Ja, die hießen ja, ähm, ich hatte das, äh, über X-Ray gesehen, das ist ja hier der Vorteil bei der Serie, äh, wir machen ja nur Wärme für Amazon irgendwie. Der, der eine hieß Ontamo und der andere Valandil und, äh, dann haben sie es hier wohl geändert, weil Valandil ist nämlich auch eigentlich einer der Söhne Isildos, das ist, glaube ich, der jüngste Sohn, äh, 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 oder Elendils, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Oh. Auf jeden Fall haben sie das geändert. Es könnte aber auch sein, dass dann vielleicht, wenn es Isildos Sohnan war, das hat, dann hat er den benannt nach seinem Freund. Möglich, ja. Irgendwann. Ja, also das alles, alles möglich. Auf jeden Fall ist Valandil tatsächlich dann jemand, der, äh, irgendwann auch König wird. Also jemand namens Valandil, vielleicht ist es auch einfach nur wieder eine Anspielung ähnlich wie bei Fürst Imrahil in der dritten Folge. Genau. Valandil ist ein König von Arnor dann später. Also die gründen dann ja, in Mittelerde gründen sie ja zwei Reiche, Arnor im Norden und Gondor im Süden. Und, äh, das könnte darauf verweisen. Was wir vor allem auch noch relativ beiläufig erfahren, und das wirft er dann, glaube ich, Valandil, äh, Isildo vor, seine Mutter ist anscheinend tot. Oder schon, schon länger verstorben. Das haben wir denn hier noch, glaube ich, erfahren. Ja, es ist für mich okay. Es ist, ich muss zugeben, also diese Szenen mit Isildo oder auch Earien, die fühlen sich so ein bisschen, hatte ich ja schon in der, in der dritten Folge angemerkt, das fühlt sich so ein bisschen so nach, ja, ich sag mal, Standard-Family-Issues an. Äh, wie siehst du das denn so, Kenny? Ach ja, ich hab dazu nicht groß eine Meinung. Also, das lass ich mir einfach gefallen. Das soll halt einfach die Vorgeschichte von Isildo erzählen. Man kennt den Begriff Isildo, ne, das ist der, der halt den Ring nicht ins Feuer geworfen hat, der hätte alles beenden können. Genau. Isildo cast it into the fire. Genau, danke. Und wir wissen halt, mit dem muss irgendwas nicht stimmen, dass der so schwach ist. Er ist ein schwacher Mensch. Ja. Was für ein Akzent war das denn? Ja, so, und, äh, du musst halt zeigen, dass es halt schon von vornherein irgendwie, mit dem irgendwas nicht stimmt, dass er irgendwie nicht so ganz, äh, irgendwie... Willensstark ist. Ja, ne, ich muss grad nochmal kurz auf die Szene zurück auf dem Boot, ähm, wo der das Seige quasi loslässt und da draußen in die Weite schaut, dieser geile Shot von der Insel, vom Meer, wie geil, sah das bitte aus, oder? Ja. Ja. Ah, hübsch, Alter. Ja, das ist wunderschön. Das war auch eine echte Aufnahme, hatte ich das Gefühl, im Gegensatz zu der ganzen Bootszene, die wieder leider etwas fake aussieht. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich weiß, mit Isildo noch nichts anzufangen. Ich, ich bin da einfach gespannt. Ich will da nicht so groß eine Meinung vorher machen. Ich werde sehen, wo das hinführt. Ähm, auf jeden Fall, jetzt wissen wir ja, okay, äh, darf halt, äh, ist jetzt kein Seemann mehr. Und dann im Laufe der Folge kommen wir eh nochmal darauf zurück, was denn dann passiert mit ihm, ne? Ja. Und dann wird ja endlich mal auf dargelegt, dass er endlich dahin kann, wo, wo es hin ist, ihn schon lange zieht. Okay, ich würd sagen, wir wechseln mal das Setting. Ja, zu einer der besten Szenen der Folge. Genau, äh, wir wechseln, äh, einmal mehr in die Südlande und bekommen jetzt das aufgelöst, was ja in der dritten Folge der große, große, große Cliffhanger war. Äh, nämlich Aada. Da. Ah, Arondir ist immer noch umringt von Orks und ein Ork liegt vor ihm irgendwie auf dem Boden. Ich nehme an, den hat der irgendwie niedergeschlagen oder was auch immer. Ja, den hat der, den hat der ja erstochen mit einem Teil der Wurzel. Stimmt, genau, genau. Da schließen sie jetzt direkt an, dann recyceln sie hier auch nochmal, äh, die Stelle, wo die alle so ein bisschen so Planet of the Apes mäßig, äh, vor Aada salutieren. Und dann kommt der ins Bild marschiert und diesmal wird nicht abgebrochen und es ist nicht geblurrt und es ist tatsächlich, wie ich's vorher gesagt hatte, Joseph Morley alias Benjen Stark. Und, äh, er sieht creepy aus auf seine Art. Er sieht aus wie ein sehr mitgenommener Elb. Er hat so seltsame Narben im Gesicht. Und, ähm, es gab ja, es gab ja Theorien darüber vorher, wer er war. Ist das jetzt Sauron? Ist das einer seiner Helfer und so weiter und so fort? Ich hab eine sehr interessante Theorie gelesen, dass die, die Szene, wie sie abläuft, nämlich halt, es ist eine, eine, eine Szene, von der ich auch gehofft hatte, dass wir so etwas ähnliches mal zu sehen kriegen, wo wir uns ein bisschen mehr auf die, ich hatte mir ehrlich gewünscht so einen richtigen Ork-Charakter-Handlungsstrang. Ähm, vielleicht kommt ja vielleicht noch was in der Art. Aber, ähm, etwas, äh, etwas, was wir hier sehen, ist wirklich eine sehr, will ich mal sagen, so menschliche Seite von diesem, von diesem düsteren Volk. Weil, ähm, wir sehen hier, wie, wie Arda, ähm, den verletzten Ork, er kniet sich, äh, bei ihm hin. Der Ork schaut ihn an auf, 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 auf so eine ehrfurchtsvolle, so fast schon halt irgendwie liebevolle Weise. Halt, wie es, wie es ein, äh, wie es ein Kind auch bei einem Vater tun würde. Das ist ja eben auch das, das Wort, was es bedeutet. Äh, Arda, äh, versetzt ihm den Gnadenstoß, als er merkt, ich kann nichts für dich tun. Und, äh, wirkt dabei sehr, sehr traurig. Und von wegen, ich kann nichts anderes tun, so muss es sein. Äh, eine Theorie, die ich gelesen habe, ist, dass Arda quasi einer der Ur-Orks ist. So quasi so einer der allerersten, die da erschaffen wurden. Und, äh, entsprechend nennen ihn die Orks eben so und sehen so zu ihm auf. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Äh, weil eben sein, sein Look, weil es ist halt diese, diese bleiche Haut, seine Hautfarbe ähneln der, äh, der Orks ist schon ein kleines bisschen. Er wirkt halt wie so ein, er sieht eben aus wie ein korrumpierter Elb. Und, äh, das, das eben passt, das, das würde alles, das, das würde alles halbwegs passen, wäre auf jeden Fall eine, ein, ein, etwas sehr Interessantes. So gesehen ist es trotzdem ein neuer Charakter. Wir erfahren noch nicht, wer er ist. Ich also jedenfalls nicht, nicht komplett. Auf jeden Fall ein spinziges Gespräch zwischen ihm und Arondir. Er ist super charismatisch, super creepy. Kenny, äh, was hattest du denn so eigentlich für Gedanken zur Arda nach der letzten Folge? Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, woher ich die Synchronstimme kenne, tatsächlich. Er hat so eine ganz markante Stimme. Oh, ja. Klang ein bisschen ähnlich. Ja, ich weiß nur noch, dass hier, äh, Jacques Breuer, also der Aragonsprecher, der hat, glaub ich, Stannis in Game of Thrones gesprochen. Ah. Äh, äh, und ich war sogar erst am überlegen, ob, äh, Joseph Morley hier wie in Game of Thrones von Markus Off synchronisiert wird, aber leider nicht, aber, äh, gegen Matthias Klee hab ich nix. Hehe. Absolut nicht. Der spricht ja sogar elbisch hier, ne? Ja, genau, sie haben, äh, auf jeden Fall ein Gespräch, äh, Arondir wirkt so, wirkt so vollkommen, äh, verwirrt. Was zum, was zum Fuck geht hier ab? Ja, der spricht vor allem elbisch mit ihm, ne? Darf man nicht vergessen. Der fragt ihn nach seiner Herkunft. Man sieht ja auch, dass er irgendwas, also etwas elbisches hat er ja durchaus, aber er sieht eben aus wie ein, wie ein korrumpierter Elb. Und, äh, er ist, äh, die dunklen Haare, ähm, eben das, das Blech, äh, er sieht so cool aus auf seine Art und so creepy und er ist aber so charismatisch und es ist so etwas Wärmendes in seiner Stimme auch, so etwas Verständnisvolles, Trauriges, da ist er eine ganze Menge Schichten, wie bei einem Oger. Ähm, ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Data von Star Trek mit Elbenohren und ein bisschen runtergekommen. Es sieht aus wie, ähm, ach, woran erinnert er mich auch so ein bisschen an so bestimmte Halbelfen so in Sachen von Dungeons & Dragons und so, welche ja dann auch teilweise mal ein bisschen düsterer sein können, aber ja, er ist, er ist auf jeden Fall cool, ähm, er trägt so eine seltsame Rüstung, worauf man etwas sieht, was aussieht wie ein Fluss. Sie reden ja auch von einem Fluss, ne, der, äh, fragt ja irgendwie Arondir nach der Herkunft, ich hab den, ich, ich hab nur irgendwas mit Valarian Desse verstanden oder so, aber das war, glaub ich, falsch. Beleriand, äh, Beleriand hat er, glaub ich, dann gesagt. Genau, richtig, das verwies auf Beleriand. Für alle, die es nicht wissen, Beleriand ist der Teil, äh, von Mittelerde, der mittlerweile im Meer versunken ist, äh, zu dieser Zeit und Beleriand wurde zerstört durch den Krieg des Zorns im, äh, ersten Zeitalter. Also, was wir da angedeutet kriegen vom Krieg des Zorns in der allerersten Folge der Serie, das dürfte sich eigentlich in Beleriand, äh, zugetragen haben, aber da sie das nicht so direkt nennen dürfen, weil das halt alles Silmarillion-Content ist, äh, wird das hier nur so angedeutet, äh, man merkt aber, dass die eventuell vielleicht sogar aus einer ähnlichen Gegend kommen, weil der spricht dann von der Mündung des Flusses und dass dort überall blühender Salbei gewachsen wäre, äh, und, und das, also, der scheint auch schon sehr lange auf der Welt zu sein, und er offenbart trotzdem nicht so wirklich, was er jetzt eigentlich ist. Nee, Aaron, Aaron Deer fragt ihn und, äh, er weicht immer aus und, äh, fährt dann einfach fort mit seinem Monolog und so. Ja. Mann, der Arme, also, Aaron, Aaron Deer ist wirklich das Publikum hier in dem Fall. Ja, obwohl, ich finde, ich finde leider, äh, keinen Zugang zu Aaron Deer, muss ich sagen, nach wie vor nicht. Das, vielleicht liegt's am, am Schauspieler, der für mich irgendwie eine sehr limitierte Mimik hat. Und trotzdem ist es eine starke Szene, aber, äh, Joseph Morley reißt sie halt an sich und er, er hat schon wirklich tolle Sätze, also, er sagt dann ja irgendwie, als er halt fragt, ja, was, was, was bist du jetzt eigentlich von wegen, ja, euch wurden so viele Lügen erzählt, um die alle aufzuklären, müsste man eine neue Welt erschaffen und das können ja eigentlich nur Götter und ich bin keiner jedenfalls noch nicht. Oder, selbst die Steine und Wurzeln glauben, die lügen und so weiter. Genau. Oder haben sie verinnerlicht, ja, es ist eine ganze Menge, es ist eine ganze Menge cooles Zeug. Kenny, wie hat's denn dir gefallen? Es ist sehr düster, ne? Also, ich, ab dem Punkt wollte ich mehr wissen über die Struktur der, der Org-Organisation. Da wird's ja auch irgendwie sowas wie ein Organigramm geben, wer da, wo der Chef ist und wer von wem der Anführer, an welcher Stelle steht der? Wie, wie sind die Orgs strukturiert? Gibt's da auch Anführer und, und Chefs und irgendwelche Abteilungsleiter und, ne? So, das war da mega spannend. Wie, wie kam's zu dieser Struktur? Warum, warum sehen alle so auf ihn auf? Und weil, der ist ja wirklich, als er dann durch diese Gänge gelaufen ist, geschritten, also wirklich wie ein, wie eine Gottheit oder wie ein, wie ein, wie ein großer Anführer des Heers. Ja. Alle Orgs sind bei Seite gewichten, haben sich nach vorne gebeugt, so, ja, ah, da, ah, da, ah, da. Wahnsinn. Ja, also, wirklich cool. Ich könnte mir halt, ich hab, ich hab so überlegt halt, was oder wer könnte er sein, wohin könnte es mit ihm auch noch gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ein Charakter wird, der in gewisser Weise sogar, ähm, ich weiß nicht, vielleicht nicht exakt redeemed werden könnte, aber vielleicht in irgendeiner Form noch von Sauron betrogen wird, wenn er es nicht selbst ist. Weil er sieht, das, das Ding ist halt, er sieht optisch so aus, wie halt teilweise Sauron ja, ja dargestellt wurde auch. Ähm, so ähnlich sogar, wie sie ihn kurz erscheinen lassen wollten in Rückkehr des Königs, bevor der Entwurf dann, äh, fallen gelassen wurde aus verschiedenen... Ach so, hier mit Annatar. Genau. Also, ähm, also er hat durchaus da, da so gewisse Ähnlichkeiten. Er kann halt, er kann halt keine Figur sein, die später in irgendeiner Form nochmal vorkommt, weil er kann nicht Saurons Mund sein, weil das ist ein Mensch. Ähm, er kann keiner der Ringgeister sein, das waren auch alles Menschen. Ähm, er ist in irgendeiner Form auf jeden Fall, er könnte so eine Art von Hexenmeister sein, der dann aber im Verlauf der Serie in irgendeiner Form vielleicht ein Ende findet auf die eine oder andere Weise, wer weiß. Oder aber er ist so eine Art von Wessel für Sauron, bevor er so endgültig hervortritt, nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist es cool, ähm, dass das Böse, so diese Art, diese Art von Gesicht kennen wir noch nicht vom, vom Bösen, so von dem, was so Sauron ausmacht. Und das ist eben das, was so cool und neu daran ist. Das ist geil. Mittlerweile ist das wie so ein Spiel von Kuledo, wer ist der Mörder? Ne? Alle raten so, wer könnte Sauron sein? Wie viele Theorien haben wir jetzt schon, wer alles Sauron ist? Ja, ja, ja. Vielleicht sind ja alle einfach Sauron, es sind einfach alle Sauron. Ne? Du bist irgendwo, in irgendeiner Stadt kommt ein Kind vorbeigelaufen, das ist Sauron. Es gibt schon, da gab es schon extrem viele Witze, irgendjemand hat so und so und so und so, wo ist Walter Buch und dann, where is Sauron und so und dann. Ja, ich muss ja sagen, mir gefällt bei Arda wirklich diese Idee, dass das irgendwie ein Ur-Ork sein könnte. Ja. Weil es ist, also Tolkien hat ja nie so wirklich eindeutig beantwortet, wo die Orks jetzt eigentlich herkommen. Es sind irgendwie verdorbene Wesen, es sind, es sind verstümmelte Menschen. Und vor allem bei Peter Jackson hat man sich halt dann irgendwie doch so Lore-mäßig drauf geeinigt, es sind verstümmelte Elben. Worauf hier eigentlich auch nochmal deutlich hingewiesen wird, weil man sieht, dass die Orks auch spitze Ohren haben, genau wie er. Und ich muss sagen, ich finde das sehr cool, wenn die Serie tatsächlich hier wirklich so ein bisschen die Ursprünge der Orks ergründet. Also ich meine, wir haben ja hier schon, dass die kein Sonnenlicht vertragen, das kam ja hier auch schon drin vor. Das war ja in den Filmen nie so wirklich, wurde mal beiläufig erwähnt, aber hier spielt es ja tatsächlich aktiv eine Rolle. Und fände ich sehr, sehr spannend, weil das wäre dann wirklich mal was, was wir so noch nicht kennen. Genau. Also vor allem auch sehr schön, dieser Ork, den er da ist, irgendwie, ja, ich sag jetzt mal zur letzten Ruhe bettet. Da sieht man ja auch, ja, dem nehmen sie irgendwie die Beute ab und teilen sie unter sich auf, aber irgendwie tragen sie den doch dann fast weg, als wollten sie den beerdigen. Also da merkt man auch, dass die Orks schon irgendwie auch Lebewesen sind. Ja, sie sind bösartig und so weiter, aber trotzdem, und das zeigt diese ganze Folge auch, es sind trotzdem Lebewesen, die auch essen müssen, die auch schlafen müssen, die auch trinken müssen. Das fand ich sehr gut. Die Angst haben. Genau, ja, die Angst haben, das hat man ja schon in den Minen von Moria gesehen. Ja, aber halt, genau, aber auch hier in dem Sinne, also, was dann auch später noch deutlich gemacht wird. Und ja, es ist eine ganze Menge, und ich hatte halt mir ganz toll gewünscht, dass wir vielleicht in irgendeiner Form einen festen Ork-Charakter haben. Vielleicht kommt's ja noch. Aber das hier ist am nähersten dran von dem, was ich mir so erhofft hatte, dass wir da so ein bisschen mehr noch in die Tiefe gehen mit den Orks. Ja, tatsächlich fand ich's halt auch merkwürdig. Mir war das nicht bewusst, dass Orks sich auch umeinander kümmern. Also er lag dann halt da und dachte mir so, okay, verarzten die den jetzt? Weil das kämpft man halt so nicht, wenn jetzt ein Ork stirbt irgendwo im Gefecht hat, da hab ich niemals gesehen, dass irgendein Ork ankam und plötzlich mit einem roten Kreuz auf dem Arm da ankam und dachte, ja, ja, Sanni, Sanni, so wirkte das halt hier, dass sich irgendwer um ihn kümmert, dass der sich da ausruht, dass der wieder heil wird. Und plötzlich kommt Ada und alle denken so, ja, der heilt den jetzt bestimmt irgendwie magisch. Was ich irgendwie auch gedacht hätte, wenn das so ein krasser Elb ist, dass er dann einfach irgendwie die Hand drüber macht und ist plötzlich heile. Nö. Und plötzlich sticht er ihn einfach ab. Was er wieder dann, dem widerspiegelt so wie, ja, ist halt ein Ork, ne, tot. Diese Mischung auch in seiner Mimik, so von wegen halt, ich bin, ich habe Sympathie mit dir, aber ich bin auch leicht enttäuscht und so, während er sich da über ihn bockt. Es ist da, da ist eine ganze Menge los. Ja, der hat eine tolle Präsenz bisher. Also ich will, ich will stark hoffen, Kenny, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, und, also man, man kennt ihn ja aus Game of Thrones, den Schauspieler, und da wurde er ja leider ein bisschen verschenkt. Da ist er dann ja auch so halb entstellt wiedergekommen als Kalthand, äh, beziehungsweise Coldhands, äh, hat aber nie so wirklich eine Rolle gespielt. Und ich hoffe, dass man hier jetzt doch ein bisschen mehr aus ihm macht, aber man wird es sehen. Er hat jedenfalls, äh, ja, ich, also hier wird zwar noch nicht deutlich, aber er schickt dann anscheinend Aaron dir weg, also lässt ihn frei, mit einer Botschaft für die Menschen, äh, die sich ja im alten Wachtturm, verschanzt haben. Also das ist eben die, äh, Menschengruppe, die ja dann aufbrach, äh, am Ende der zweiten Folge aus Tierharad um Bronwyn und Co. Und zu der kehren wir jetzt auch zurück. Also wir bleiben, äh, in den Südlanden. Äh, Bronwyn, ihr Sohn und ein paar andere Dorfbewohner errichten mittlerweile ein Lager in dieser, dieser Zuflucht. Äh, da kommen dann auch wohl immer mehr Menschen, die immer mehr ihre Dörfer verlassen. Und, äh, äh, hier deutet sich dann endgültig an, was das hier für ein Gebiet ist. Denn Bronwyn lässt einmal fallen, ja, die Dörfer sind ja jetzt schon verlassen von hier bis zum Orodruin. Ja, da hab ich auch aufgehorcht. Genau, das, äh, das ist, ich, ich glaub, das ist der elbische Name, ne? Das ist der elbische Name, äh, für den Schicksalsberg. Also den feurigen Berg. Also können wir davon ausgehen, dass dieses Land, was wir hier sehen, das spätere Mordor ist, eindeutig. In dem, in dem Zusammenhang, ich, ich, ich würde tatsächlich noch mal sehr gerne, ähm, dann, dann die erste Folge noch mal sehen, um noch so ein bisschen mehr so, mir das, mir das Land anzuschauen. Und halt in diesem Kontext, da, da wirkt das alles natürlich noch mal ein bisschen anders, wenn man bedenkt, das ist das, was dann später zu Mordor wird. Und sie sprechen ja auch davon, dass das früher eher so aussah, wie Mordor dann später aussah. Wo in der ersten Folge doch der, der, der Anführer der Elben dort sagt, ich weiß nur noch, als das alles hier nur kahler Fels war und so. Also das, das ist dann dementsprechend hier, dass es aufgeblüht ist, äh, unter den Menschen und, und mit der Hilfe der Elben ja auch, garantiert. Aber ja, das ist schon, das, das lässt das schon alles ganz, ganz anders, äh, anders wirken und cool. Hast du da, äh, Kenny, hast du den Zusammenhang gesehen bei dem, äh, hast du den Namen erkannt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, den Namen hab ich tatsächlich nicht erkannt, nein. Worüber ich erstaunt war, ist, ich dachte eigentlich, dieser Wachtturm von den Elben, ist halt einfach nur ein Wachtturm. Dass da aber noch eine Festung oder eine Art, äh, Burg hinten mit dran ist, das hab ich im ersten Moment nicht erkannt. Und deswegen war ich ein bisschen erstaunt, dass diese ganzen Völker oder die ganzen Dörfer dort drinnen Platz hatten. Ja, ich hab schon gesehen in der ersten Folge, dass da ein bisschen mehr war, dass da so ein Rund ist mit einem Hof und so. Ist nicht riesig, aber ein bisschen Platz ist da. Ja, die gingen ja auch da so lang über so eine Brücke oder sowas. Genau, ist eine coole Location, coole Set. Ja, das sah geil aus. Mit einem tollen, äh, Background allgemein. Später sieht man noch ein bisschen mehr, das ist da so, da an einem Rand von einem See und darunter ist ja, glaub ich, ein Wasserfall. Ja, ist ein, ist ein, äh, tolles Set für sich genommen. Äh, wirkt tatsächlich auch sehr runtergekommen. Was mir da, da nur wieder aufgefallen ist, äh, die Darsteller sehen einfach wahnsinnig clean aus in dieser Umgebung. Also da, da gewöhne ich mich einfach nicht dran. Vor allem, man muss jetzt bedenken, die waren irgendwie tagelang unterwegs. Und, äh, die sehen aus, wie aus dem Ei gepellt. Und das fällt halt besonders noch mal auf in der Umgebung. Ich finde halt, ich finde, die haben da, die, die Kleidung ist ein bisschen zerschlüsseln und dreckig. Bronwyn ist ein bisschen sauberer. Aber ich glaube halt, ich meine, du hast da einen See in der Nähe. Den mangelt das garantiert nicht in irgendeiner Form da ein Wasser oder Möglichkeit, sich zu waschen. Sie ist auch ein bisschen, äh, fleckig, äh, allgemein. Und, äh, und ihr, gerade, gerade, gerade ihr Sohn. Ja, aber sonst ... Es ist halt, ich finde halt nicht wirklich, man muss die nicht, man muss die nicht alle durch den Schlamm wälzen, um dann halt irgendwie da Authentizität zu schaffen. Ja, es wirkt halt für mich wieder nicht, das, das ... Ja, die wirken halt so reingesetzt. Weil, weiß nicht, also da hab ich große Probleme mit tatsächlich bisher bei der Serie. Das reißt mich immer wieder so ein bisschen raus. Ich versteh, was du meinst. Mhm. Ähm, aber das Ding ist, du weißt ja auch nicht alles, du siehst ja nicht alles, du siehst ja nicht, wie die irgendwie auf die Toilette gehen oder sich die Zähne putzen oder sich irgendwo abwaschen oder so was. Also, es fehlen ja ein paar Informationen. Du weißt ja nicht, wie dort die aktuellen Verhältnisse sind. Sah die genauso aus, als die dort ankamen? Oder hat sie sich mittlerweile schon wieder ein bisschen aufgefrischt? Ne, da kann man jetzt viel reindeuten, ne? Ja, das Ding ist ja auch, ich glaube halt, ich glaube, Dom wurde auch so ein bisschen verdorben von den ganzen anderen Sachen, wo die halt alle mit Schlamm verkrustet sind, immer in solchen Settings. Was halt auch absolut nicht der Wirklichkeit entsprach. Auch wenn, glaube ich, Ritter der Kokosnuss teilweise so ein bisschen an der Wahrheit drin ist. Ja, also, wenn ich das zum Beispiel vergleiche, es gibt ja auch diese Szene, und die ist ja ähnlich hier in die zwei Türme, wo die nach Helmsklamm kommen. Wo die irgendwie mehrere Tage durchs Gebirge gezogen sind mit vielen Leuten und Kranken und allem Möglichen. Und dann kommen die da an und du merkst halt, oh, die sind jetzt endlich da. Und total erschöpft oder was auch immer. Und hier wirkt es nicht authentisch auf mich. Ja gut, aber du kennst auch hier die Größenverhältnisse nicht. Ich glaube, die Wanderung von Rohan, war es Rohan? Oder war es Gondor? Ne, es war Rohan, oder? Von Rohan nach Helmsklamm war sicherlich länger, als jetzt von dort zu diesem Elbentor. Ja, natürlich, aber es war ja trotzdem eine Wanderung. Man spürt es nicht. Und man sieht auch bei den Leuten, die neu ankommen am Anfang der Szene, die sehen ein bisschen runtergekommener und dreckiger aus, als die, die schon jetzt ein paar Tage da sind oder wie auch immer. Ja gut, dann ist mir das vielleicht nicht so aufgefallen. Aber man achtet eher bei den Hauptfiguren drauf. Ja, du siehst da schmutzige Gesichter. Ja, sie ist ein bisschen als sauberer, aber sie ist halt auch eine, die kennt sich aus, die ist Heilerin entsprechend. Und ja, aber es gibt andere Leute, die sind da definitiv allgemein, die sind ein bisschen zerrissener, die sind ein bisschen schmutziger. Ihr Sohn hat auch nicht die schicksten Sachen an. Auf jeden Fall haben die das Problem. Essen wird knapp. Ihr Sohn sagt, komm, die Orks sind auch längst aus dem Dorf weg. Wir könnten irgendwas machen. Also er will halt definitiv auch da nicht immer nur rumhocken. Sie versucht, ihn davon abzuhalten. Aber er geht da doch letztendlich mit seinem Kumpel Rowan, den wir ja auch schon gesehen haben in der ersten Folge. Dort fahren wir wieder fort mit Horror-Imagery, weil dort das Vieh hingeschlachtet wurde. Genau. Sehr, 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 sehr eklig. Und das Dorf ist ja, das Dorf ist entsprechend verlassen. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen zerstört, aber die Häuser stehen noch. Auf jeden Fall haben dort die Orks gewütet. Und sie schaffen es, Essen zu holen. Auch, ich mag diese Location, ich mag dieses Dorf. Ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Es wirkt alles sehr, sehr lived in. Ich wünschte, da würden wir mehr Zeit verbringen einfach. Ich wünschte, wir hätten noch ein bisschen mehr Szenen gehabt von dem allgemeinen Dorfleben und so. Es ist halt nicht besonders groß, aber ich finde es einfach eine sehr schöne Location. Da muss ich mal zur ersten Folge zurückspringen, als das erste Mal diese Menschenstädte dort oder Menschendörfer gezeigt wurden. Wir wissen ja alle, dass in der Herde Ringe vieles mit echten Miniaturen gedreht wurde und dann CGI nachgebessert. Deswegen sieht es auch alles so echt und lebendig aus. Was ja beim Hobbit zum Beispiel schon weniger gemacht wurde, weswegen es da so mehr plastisch wirkt. Ja. Und beim Ring in der Macht hast du halt den Misch aus beiden. Du hast mal CGI-Monster und du hast aber auch mal Kulissen, die wirklich echt sind. Und bei diesen Menschendörfern, wo das allererste Mal in dieses Menschendorf reingefahren wird, hast du wirklich gesehen, diese Häuser stehen da wirklich. Ja. Und das fühlte sich echt und lebendig an. Das fand ich gut. Und diesen Baustil haben die ja quasi, wahrscheinlich haben sie die gleichen Häuser genommen, haben die irgendwie verrückt oder verstellt oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dieser Baustil war halt in den Dörfern überall gleich. Und das ist immer wieder schön, dorthin zu kommen und diese Häuser zu sehen. Weil dann merkst du wirklich, okay, die sind wirklich da. Die sind zum Anfassen, die sind zum Reingehen. Das sieht stark aus. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, extrem. Ja, es erinnert halt sehr an The Witcher, so ein bisschen. Also auch so diese Schenke schon in der ersten Folge. Da haben wir dann ja auch den, der taucht ja hier dann auch noch mal auf dieser Wirtwall-Dreck, heißt der, glaube ich. Genau. Der ja in dieser Folge durchaus eine Rolle spielt. Ich glaube, sie teilen sich dann auf. Also Rowan will nicht unbedingt in die Schenke. Und weil es dann doch ein bisschen unheimlich, Theo geht also alleine rein und findet dann da irgendwie, glaube ich, einen Sack Korn oder Reis oder was, der umgefallen ist und versucht, das dann irgendwie zusammenzuraffen. Irgendein Getreide, genau. Dann zieht draußen Wolken vor die Sonne. Was Rowan dazu motiviert, ich hau ab. Ein sehr schöner Shot, wie ihm quasi die düsteren Wolken folgen. Theo in der Schenke, der wird von einem Ork überrascht. Von demjenigen, glaube ich, der da auch von Jit Brophy gespielt wird. Ja, der hat so blaue Augen, so blau glühende Augen hat der. Ja, sehr stechend. Das ist so mein Lieblings-Ork, so vom allgemeinen Design und von der Performance her. Den mag ich halt wirklich sehr gerne. Der leckt sich auch das Blut von der Klinge, als er dann irgendwie Theo verletzt. Ja, ja, er wischt Theo am Bein. Das war so ein richtiger Lurz-Moment. Weil das hat ja Lurz auch mit Aragorn am Ende von die Gefährten gemacht. Aber das war sein eigenes Blut. Ja, das war sein eigenes Blut, genau, richtig. Aber es ist trotzdem, da merkst du halt, wie die drauf sind. Liebe Kinder, bitte keine Messer ablecken. Vor allem nicht, wenn Blut dran ist, okay? Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Also durchaus, ja. Wir wollen ihn nicht dazu aufrufen. Genau. Und Theo hält dann eher so im Affekt diesen Schwertgriff vor sich, den er ja schon die ganze Zeit mit sich herumschleppt. Verletzt dadurch den Ork. Und der ist halt völlig überrascht, wo der den her hat. Und will den natürlich haben. Der schafft es dann aber, den Ork, ich glaub, schafft es, ihn zu verletzen, zu überwältigen. Und sich dann im Brunnen zu verstecken. Ich muss sagen, die Szene war etwas komisch. Weil der verletzt den, rennt raus. Der Ork rennt hinter ihm her. Und in der Zeit hat Theo es geschafft, um das halbe Gebäude rumzugehen und sich im Brunnen zu verstecken. Nee, nicht um das. Ich glaub, er ist aus dem Hinterausgang raus, den wir auch schon etabliert haben. Mhm. In der ersten Folge. Da sind zwei Eingänge. Und ich glaub, er ist durch den Hintereingang raus. Und der Ork folgt ihm dann. Und da ist halt der Brunnen. Also zeitlich ist das halbwegs machbar. Zumal nämlich auch der Ork gar nicht erst in den Brunnen reinschaut, sondern erst mal den anderen Bescheid sagt. Naja, das ist nicht klar. Aber die sind doch beide durch denselben Ausgang, glaub ich, gegangen. Ja, aber der Ork hat ein paar Sekunden gebraucht, weil er eben halt verletzt wurde. Ja, aber so schnell. Man sieht da den Baum. Naja, so ist ein schneller Junge, wie auch immer. Wir brauchen doch Dramatik. Ich mein, der müsste ja einen perfekten Köpper in diesen Brunnen gesprungen sein. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Nicht exakt, weil er hängt da noch dran. Er ist noch nicht im Wasser. Kriegt dann den Wassereimer auf den Kopf und taucht dann unter, um sich zu verstecken. Also es ist schon spannend. Und der Ork sagt halt, er hat den Griff, er hat den Griff, sucht ihn und so weiter. Wo man dann auch merkt, ja gut, das ist auch das, was sie gesucht haben. Fand ich auch eine spannende Szene, keine Frage. Das ist ja ... Total. Es ist halt alles sehr, sehr hübsch gemacht. Einfach das Performance, Make-up, alles wunderbar. Das war auch eine gewisse Ironie, als die dann irgendwie da ausschwärmen und er hängt dann ja in den Brunnen und dann kommt ein Ork, um zu trinken. Also da sehen wir halt auch wieder, Orks müssen auch mal Wasser trinken. Was wir ja auch schon in Folge 3 hatten, wo sie denen dann irgendwie Wasser angeboten haben. Und das wird ja wahrscheinlich ihr eigenes gewesen sein. Ja, ja, genau. Ja, die brauchen Nahrung. Genau, dann schmeißt der ja den Eimer, glaube ich, da runter. Der fällt dann hin und Theo erschreckt sich dann ja und das hört dann der Ork. Und deshalb muss Theo dann untertauchen. Das fand ich auch keine schlechte Szene. Das hat, ich muss sagen, mir gefällt an der Stelle auch wieder wie in Folge 2, wie die Orks inszeniert werden. Das hat so einen richtig schönen Horrortouch, ne? Ja, genau, das ist das Tolle. Hier sind auch ein einziger Ork alleine. Ist halt schon richtig gefährlich und gruselig. Ja. Und das gerade halt bei Menschen, die da nicht wirklich in irgendeiner Form Krieger haben und gerade halt bei einem sehr jungen Menschen, wie es hier der Fall ist. Also ist schon heftig. Und dann gehen wir rüber nach Lindon, wo wir eben auch merken, ja, Elrond ... Eregion, Eregion, nicht Lindon. Ah ja, Eregion. Eregion. Und da merkt man eben auch halt, dass alles mit Elrond halt fehlte komplett halt in Folge 3. Also da waren halt die mal nicht da. Dafür ist hier was anderes nicht da, aber dazu kommen wir vielleicht noch. Und da sehen wir, dass halt ordentlich schon an der Schmiede gearbeitet wird. Das ist so ein Konstrukt von ... Also so ein Hauptturm. Und dann gibt's da so zwei kleinere so daneben. Da wird ordentlich konstruiert. Erinnert so ein bisschen an Bilder von dem Turm zu Babel. Ja, tatsächlich. Also von anderen Hochkulturen, ne? Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ... Es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Man sieht, da schuften die schon also mindestens ein paar Wochen dran. Die Baustelle sieht wirklich geil aus. Das ist halt ... Das ist eigentlich, was ich gerne mehr sehen würde. Wie haben die das alles gebaut, was da so existiert so? Ich würd gern so ein Spin-Off sehen, nur wie die Minas Tiere bauen. Das würd ich mir antun. Oder wie so eine Doku. Wie haben wir das gebaut? Gut. Ich glaube, von so etwas kriegen wir noch ein bisschen was zu sehen. Weil nämlich Earyen, da sie ja eben in die Baumeister-Gilde oder wie auch immer geht, höchstwahrscheinlich kriegen wir in einer der späteren Staffeln irgendetwas ... Sie wird wohl wahrscheinlich an irgendetwas Wichtigem beteiligt sein als Baumeisterin oder wie auch immer. Und dann kriegst du ja vielleicht dann das, wonach du dich so siehst. Das ist möglich. Ich bin sehr gespannt, wo es mit ihr dann vielleicht noch hingeht. Mal sehen. Aber jetzt erst mal sind wir bei den Elben eben hier mit Elrond. Genau, da sehen wir dann ja, also Elben und Zwerge arbeiten da Hand in Hand. Also da können wir von ausgehen, dass hier schon jetzt einiges an Zeit zwischenliegt. Elrond ist ja dann auch hier wieder bei Celebrimbor, der ihm irgendwie ... Ich weiß gar nicht, gießt er ihm Tee ein? Sah auf jeden Fall so aus. Auf jeden Fall irgendein Getränk. Genau, und Celebrimbor meint dann, wie Elrond da steht, ist er halt so exakt das Ebenbild seines Vaters. Und mir ist hier wirklich aufgefallen, also bei Elrond mag es noch gehen, aber bei Celebrimbor muss ich sagen, finde ich die Elbenohren ehrlich gesagt schon albern. Also die sehen bald aus wie aus ... Wie heißt denn der jetzt noch mal hier? Jupiter Ascending. Da muss ich fast schon dran denken. Ach so, wenn sie jetzt so groß ... Oh, Alter, ziehen wir jetzt wirklich Vergleiche zu Jupiter Ascending? Ja, sorry, es ist einfach so. Also das wirkte, das ... Nee, also wie gesagt, bei Elrond mag es noch okay sein. Celebrimbor ist ja halt noch ein anderer Schauspieler mit anderen Ohrenpartien, aber das wirkte schon ... Also der sah ja wirklich bald aus wie aus Ferngully oder so. Das war mir zu viel. Ich hab da kein Problem mit. Aber sie sprechen kurz den Vater von Elrond an, Erendiel, welcher Seefahrer war und so weiter. Da wird ja in der Folge auch noch öfter drauf referiert. Generell geht's in der ganzen Folge, das ist mir so aufgefallen, nachdem es in der dritten Folge, passend zum Titel Ada, irgendwo um die Väter ging, geht es jetzt hier eigentlich mehr so um die Söhne, die damit hadern, dem Ruf ihrer Väter oder was auch immer der Stellung gerecht zu werden. Das ist so ein roter Faden, der sich die ganze Folge zieht, ne? Ja, richtig, genau. Ja, lustigerweise einer der Score-Titel von dem Album heißt Fava Figures. Ja, passt ja. Okay, passend. Ja. Ja, auf jeden Fall sprechen sie dann über Erendiel. Der ist ja nicht nur Seefahrer oder jetzt irgendwie der Vater von Elrond, sondern der ist ja auch der Urvater der Numenora. Also da haben wir hier auch wieder die Verbindung. Also der ist ja diese gigantische Statue, die im Hafen von Amenelos steht. Und dann geht das Gespräch aber relativ schnell über dazu, dass Celebrimbor, ja, Durin irgendwie misstraut, beziehungsweise das Gefühl hat, dass die Zwerge irgendwas vor den Elben zu verbergen hätten. Und da wird Elrond dann hellhörig und ja, per Schnellreisefunktion, wobei das ist ja auch nicht so weit, haben wir ja schon gesagt, von Hulsten nach Kassadoum ist nicht wahnsinnig weit, wobei es hier doch ein bisschen arg schnell geht. Ja, aber sie überbrücken mit dem Gespräch, was wir dann zwischen ihm und Disa sehen. Da sehen wir halt, okay, es ist ein kleines bisschen Zeit vergangen auch. Also sie sind auf jeden Fall in der Wohnung von Durins Familie. Und er sagt, es wurden alle vertröstet, ich kann mit Durin nicht sprechen und so weiter. Und sie scherzen ein bisschen herum. Nach wie vor ist da wundervolles Charisma da zwischen diesen Schauspielern. Aber er misstraut ihr auch durchaus, ja. Ein kleines bisschen, genau, eben weil sie auch, weil es auch den Anschein hat, sie deckt ihn ein bisschen, den Durin. Ja. Dass sie auch irgendwie Bescheid weiß über etwas, wovon Euron nichts wissen soll. Wir hören wieder die Kinder im Off. Ich finde es sehr komisch, dass wir die bisher noch nicht richtig gesehen haben. Entweder halt nur von den, von den, von Köpfen halt verdeckt oder eben hier halt nur als Off-Stimmen. Wo ich mir eben auch denke, weiß nicht, haben die Angst, dass Zwergenkinder albern aussehen oder wie auch immer. Oder wer weiß, also ich finde es irgendwie komisch, dass die Auftritte jeweils nicht so waren, dass wir die mal richtig gesehen haben. Ist ein bisschen schade. Oder die Kinder sind Sauron. Ja, wer weiß. Jeder, alles und jeder ist hier Sauron. Ähm, die, äh, äh, also ich könnte es mir halt vorstellen, also zum einen vielleicht das Zwergenkinder schwer darzustellen, sind auch so die, die Proportionen bei den Hobbits sind ja auch nicht ganz unkompliziert. Hm. Äh, die wir ja dankenswerterweise nicht in dieser Folge haben. Äh, beziehungsweise Haarfüße. Bist du ein bisschen rassistisch gegenüber Hobbits, kann das sein? Ja, ist er. Nee, wieso rassistisch? Das ist ja schlimm. Die bremsen einfach die Serie aus und man merkt, dass, äh, kaum, dass sie mal nicht vorkommen, geht die Handlung voran. Die haben halt kleine Beine. Natürlich bremsen die aus. Ja, da muss man, da kann man direkt kommentieren, dass hier die Haarfüße eben nicht da sind, wo wir halt letztes Mal auf die Zwerge und Elrond verzichten mussten. Ich meine, ist fair, ist fair, aber halt, ich mag halt die Haarfüße sehr gerne, aber halt, wir haben sie an einer Stelle verlassen, wo man halt, wo man halt denkt, okay, es geht ihnen halbwegs gut, muss jetzt nicht unbedingt sein. Die, die brauchen halt mal eine Weile, nicht wie bei anderen Übergängen, wo du irgendwie, zack, wir sind jetzt plötzlich woanders, die reißen mal eine ganze Folge und du guckst nicht dabei zu. Ja, ja, aber halt, da gibt's eben auch so ein paar Geheimnisse, wo ich halt, wo wir halt natürlich darauf warten, dass das, dass es da weiter vorangeht, aber dann kommen sie ja höchstwahrscheinlich, äh, in der nächsten Folge wieder. Ja, also, äh, dieser deckt ihn ja, ne, also, äh, Elrond ist da, er ist irgendwie misstrauisch von wegen, ja, du erzählst mir, er geht jetzt irgendwie Quarz abbauen, aber warum hat er keine Axt dabei und man braucht doch mindestens zwei Tage, um zu diesen Abhängen da zu kommen oder was auch immer. Und sie, äh, kann dann wirklich, ach ja, also, die kann wirklich gut improvisieren, äh, weil die wirklich sagt, ach ja, äh, also, äh, mein Mann ist, ist geübt, da runterzuklettern, der braucht da nur wenige Stunden für und die Suppe, die ich hier für ihn habe, Maulwurfschwanzsuppe, glaube ich, äh, die, äh, äh, die muss gut ziehen. Und, äh, also, äh, also, die, die finde wirklich gute Ausreden, ich muss auch nochmal sagen, die, die gefällt mir wirklich gut, die, äh, Sophia Numbers. Sie hat Rufus getötet, den Nacktmull von Ron Stoppable. Was? Sie hat, sie hat so, sie hat so das tote Tier da in der Hand, woraus sie dann das Essen macht und das sieht aus wie Rufus, der Nacktmull von Ron Stoppable aus Kim Possible. Halt, ich hab das, ich hab das gesehen und dachte sofort, Rufus, nein! Falls ihr ein gutes Rezept habt für Mommeltiersuppe, dann packt's bitte in die Kommentare. Ein ziemlich großer Nacktmull. Was hier aber vor allem, äh, ein wichtiges Detail ist, sind diese im Hintergrund rumalbernden Kinder, ne? Äh, die weist sie ja irgendwie mehrere Male zurecht und einmal, äh, geben die so einen Reim von sich, während sie irgendwie im Hintergrund spielen. Also, man hört die ja die ganze Zeit nur und sie, sie sahen dann irgendwie so einen Kinderreim auf und der ist tatsächlich sehr wichtig in der Szene. Wie geht denn der? Weißt du das? Boah, auf die Reihe krieg ich den nicht, den hab ich mir nicht aufgeschrieben. Aber es ist auf jeden Fall etwas, so eine, so eine Zwergenweise mit, mit Klopf auf Stein und Gold und so. Also irgendwie halt irgendwas. Genau. Hiho, hiho, wir sind vergnügt und froh, halt sowas. Nicht ganz so Disney-like, ja. Im Anschluss haben wir dann, äh, ähm, da muss ich fragen, habt ihr das Dieser abgekauft in dem Moment? Äh, ich, ja. Dito? Nee, 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 ich hab's in ihren Augen irgendwie gesehen. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Es waren so ihre Blicke, so diese Tüse, so, hm, nein, nee, irgendwas ist da, irgendwas ist da. Ja, die hat aber auch irgendwie, die, die Schauspielerin, das sieht man dann jetzt in der folgenden Szene auch nochmal, die hat irgendwie auch, ja, die irgendwie goldene Kontaktlinsen oder sowas? Sie hat so bernsteinfarbene Augen, was sich noch zusätzlich durch ihre dunkle Hautfarbe nochmal extra abhebt dann natürlich. Mhm. Und das ist ein extrem cooler Effekt. Mhm. Aber deshalb halt, weil das würde auch dann auch zu Tolkien passen, halt von wegen, ich könnte mir vorstellen, dass Tolkien so etwas schreiben würde, wie Augen, die Augen, die aussahen wie strahlendes Bernstein und in dem Fall hat man dann halt wirklich so etwas. Ja, und sie hat halt, das sieht man insbesondere in dieser Folge nochmal wirklich an einigen Stellen jetzt, die hat definitiv einen Ansatz von einem Damenbart, ne? Ja, da hat man, das hat man da durchaus. Dann spricht sie mit Durin, ein kleiner Zeitsprung, wo er dann sagt, oh, nicht schlecht, nicht schlecht, da hast du ihn, da hast du mich gut gedeckt und so weiter. Ja, da hat er wirklich einen richtig geilen Spruch, der sagt zu ihr von wegen, also er ist ja total stolz darauf, dass die so gut lügen kann für ihn und er sagt dann, meine Frau beschwatzt auch eine Wasserratte, sich einen Pelz zu kaufen. Den fand ich sehr cool. Ja, sie schreiten dann da irgendwie durch Kasadum und Durin teilt ihr dann so beiläufig eher mit, dass sie Fortschritte machen in der alten Mine und obwohl Elrond gefühlte 200 Meter weiter weg ist, ich weiß nicht, ob der Lippen lesen kann, vielleicht wird es da auch mit angedeutet, weil es gibt dann ja eine Aufnahme seiner Mundpartie, ja. Es gibt aber, es gibt so einen leichten Warp-Effekt, als wir da rauszoomen von den beiden, wo ich mir eben auch denke, dass der Elrond so eine gewisse Kraft benutzt, dass er eventuell auch mitgehört hat oder wie auch immer, irgendwas Magisches hat er gemacht. Ja gut, aber wir wissen, Elben sind halt echt krasse Typen, also zurück zu Haar der Ringe, Ähm, Aragorn ruft zu Legolas, Legolas, was hört denn, nee, was sieht dein Elbenauge? Ja, ja. Wo sie die Hobbits suchen, dass er mit seinem Ohr auf die Steine, äh, sein Ohr auf die Steine legt und halt Kilometer entfernt die Orks rennen hört. Ja, das ist ja Aragorn. Das macht dann tatsächlich Aragorn. War das Aragorn? War das nicht Legolas, ne? War das Aragorn als Waldläufer. Ah, verdammt, wie durcheinander gebracht. Ja, Elben haben gewisse Kräfte und hier in diesem Fall nutzt er es, um ein bisschen zu spionieren. Wird kurz, nicht ganz höflich von zwei Zwergenwächtern da, äh, zurechtgewiesen. Dieses, dieses beiläufige, der eine rempelt ihn so an im Vorbeigehen, good day. Die haben ja, die haben ja diese riesigen Ganzkörpermasken gefühlt auf, ne? Ja. Vor allem, äh, ist es hier, so Elrond findet dann heraus, es ist eine alte Mine unter dem Spiegelsee und der Spiegelsee, der tauchte, äh, also der, der hat tatsächlich auch eine besondere Bedeutung für die Zwerge, der tauchte eigentlich auch schon in die Gefährten auf. Das geht nämlich zurück auf dieses, also das, das ist ja die Gegend um Khazad-Dum herum, da ist das Schattenbachtal, soweit ich weiß. Und da ist dann der Spiegelsee und, äh, also da zum Beispiel im Schattenbachtal findet nämlich diese Schlacht statt, die Schlacht von Azanubisa, äh, die wir im Hobbit gesehen haben, wo die gegen, äh, Azog kämpfen. Ja, genau, und das ist auch der Ort, wo später Balin, äh, erschossen wird, das ist das, was im Buch steht, was Gandalf vorliest. Genau. Ähm, was aber im Film nicht erwähnt wird. Genau, der, der blickte in den Spiegelsee und hinter ihm war da ein Ork, der ihn erschossen hat von hinten. Also der Spiegelsee hat auch insofern eine Bedeutung für die, dass die, also das, das ist irgendwo auch ein meditativer Ort, glaube ich, für die. Also ich glaube, der, äh, allererste Durin, der Zwergenvater, hat dort hineingeblickt und dann in der Spiegelung des Wassers hat er die Sterne gesehen und die waren halt so über seinem Kopf wie eine Krone, beispielsweise. Also das hat für die. Ja, das ist, das ist etwas, was, was Gimli singt im Buch. Tatsächlich, stimmt. Davon erzählt er, davon, der trägt so eine Weise vor, über, über, und dann, äh, äh, und wie er dann halt, er gab den Ding, Namen und Stand, trank ersten Trunk vom Quellenrand und sah im Spiegel Widerschein von Sternengold und Edelstein, sah sich zu Häupten eine Kron und so weiter. Kannst du das auswendig? Fast, ja. Das hat man sogar im Hörspiel drin, glaube ich, ne? Ja, dank des, dank des Hörspiels, genau, da trägt er das vor und dadurch, dadurch hab ich mir das auch gemerkt, weil ich mochte die Melodie gern, ich mag allgemein die Sachen in Moria gern im Hörspiel. Ah, ich, ich fühl mich grad schon wieder so dumm und unwissend, aber ich bin, ich bin neidisch drauf, was ihr für ein krasses Hintergrundwissen habt, wirklich, ich find's so geil, ist herrlich. Dankeschön. Kenny, wie, wie gefällt dir denn so insgesamt eigentlich Moria? Ey, ich fand's übelst geil, noch bevor die Serie losging, hab ich zu meiner Freundin gesagt, oh, ich will unbedingt mal eine lebendige Zwergenstadt sehen, ne? Wir kannten ja bloß Moria, wir hatten mal so ganz kleine Auszüge in der Hobbit von, äh, von der anderen Stadt, ich will mir grad in der Name nicht einfällt. Erebor. Erebor, genau. Genau, äh, und ich hab ihm gewünscht, so, ich möchte eben mal ein bisschen Leben in so einer Zwergenstadt sehen, so ein bisschen, so den, den Alltag, so vielleicht, ich hätt gern auch mal ne Szene, wo, äh, Durin durch ein Teil der Stadt läuft, wo was los ist, wo es vielleicht Geschäfte gibt, einen Marktplatz oder sowas, wo so ein bisschen Zwergenleben ist, wie, wie in Numenor. Ja, genau. Ja. Dass er den Numenor versteht davon, hoffentlich kriegen wir noch was davon, ja. So eine richtige lebende Zwergenstadt, ne? Ja, das, das find ich großartig, dass man endlich mal wirklich ne lebendige Zwergenstadt sieht, das find ich schön, das ist super. Ja, man, man sieht es hier ja, aber es wirkte, äh, in der zweiten Folge, also das war mein großes Problem, äh, das war alles imposant und toll, aber trotzdem hatte man das Gefühl, dass das halt wie so ne Kulisse ist, an der man einfach nur vorbeigeht. Ich hätt's zum Beispiel gerne gesehen, wie, wie, also als, als dann Elrond und Durin da zu diesem, in Anführungsstrichen, Aufzug gehen, dass man das halt zeigt, wie sie da irgendwie durchgehen, wie der mit Leuten labert, wie im Hintergrund irgendwas passiert so und sie da bei Walk and Talk so haben. Das ist aber allgemein ne Schwäche von dieser Serie, du hast ganz viele Kamerafahrten, die imposant aussehen und dann hast du immer nen Cut zu der Situation, wo irgendwelche Leute miteinander reden, du hast nie die Übergänge dahin, du hast die Kamerafahrten über Gebäude, du siehst nie, wie Leute irgendwelche Gebäude betreten oder Räume verlassen oder Räume betreten, ne? Oder vielleicht irgendwo, mal irgendwo entlang gehen, sondern immer alles so statisch, du hast ne CGI-Kamerafahrt, sag ich mal, und dann grad irgendwo hin zu ner Kulisse, wo Leute in nem Raum irgendwas machen, aber du siehst nie die Bewegung dahin. Es gibt hier ne, es gibt hier ne Ausnahme, am Ende der Folge in Numenor gibt es eine Stelle, die tatsächlich, das macht so ein bisschen. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Das fehlt allgemein ein bisschen. Ja, ja, absolut. Gerade im Piloten fiel das einfach auf, dass die alle immer so bedeutungsschwanger an irgendwelchen Abhängen stehen und ihre Texte runtersagen. Ist ironisch, weil mir ist aufgefallen, bei Game of Thrones hast du eigentlich viel zu wenige Establishing-Shots, fällt mir auf. Okay. Und, ähm, grade halt auch in den späteren Staffeln, da hast du halt einfach, ja klar, wir kennen irgendwie die Orte schon, aber trotzdem, du hast irgendwie, ich finde, du hast nicht ganz genug Establishing-Shots, und in dem Fall sind sie einfach so sehr statisch. Und dann schneiden wir zu den Charakteren, wie sie halt irgendwo sind. Und hier, da hast du natürlich die, es ist alles imposant und so weiter und so fort. Aber es ist ein gewisser Disconnect, was, was hilft eben, ist, dass sowohl die Sets als auch die CGI-Effekte sehr hochwertig aussehen und du die miteinander in Verbindung bringst dann trotzdem. Mhm. Und eben optisch auch zueinander passen. Aber ja, es ist, es ist ein bisschen, es ist ein kleines bisschen schade, wenn man könnte, man, ich wünsche, man wäre noch ein bisschen mehr im Detail. Wie auch jetzt in der nächsten Szene, da hat man dann eben auch nur Elrond und Durin und hört nur so ein paar andere Zwerge im Hintergrund. Denn Elrond findet die Mine und benutzt dann diesen Reim, um eine magische Tür zu öffnen. Eine Zwergentür? Eine von dem Stil, wie wir sie eben auch dann vom Erebor aus dem Hobbit kennen. Aber, einen Moment, bevor er diese Tür findet, steht er an einer Gabelung, wo es in mehrere Richtungen geht. Da musste ich an die Szene denken, wo Gandalf in Moria steht, an dieser Gabelung und überlegen, wo gehen wir denn jetzt hin. Da musste ich sofort wieder dran denken. Ging es euch auch so? Ja, mit der Luft. Ja, genau. Ja, natürlich auch ein bisschen. Das habe ich, da habe ich tatsächlich nicht Verbindung gezogen. Wie weit nochmal, wie weit nochmal müssen die Gefährten latschen durch Moria? Die sind doch, glaube ich, fünf Tage unterwegs oder so. Ja, ich glaube drei, drei, vier Tage. Ich weiß es nicht genau. Was eben halt eine Ahnung ja auch davon gibt, wie groß dieses Königreich ist. Ich wollte nur nochmal genau sehen, weil es zieht sich ja wirklich von einer Gebirgsflanke zur nächsten. Man muss ja auch bedenken, der ganze Ort heißt Khazad-Dum, aber das Reich an sich, das heißt ja Zwergenbinge. Das ist ja, wo sie da in diese gigantische Halle kommen und Gandalf dann da, hier diese riesigen Säulen. Was ich schon immer, was ich schon immer fand, ist, dass es der uneinfallsreichste Name ever, das ist so, als würdest du eine Stadt, eine Stadt hier Menschenbüttel nennen oder wie auch immer. Ja, du hast schon recht, es ist eine Zwergentür und man weiß ja, die sind ja irgendwo magisch und auch unsichtbar, wenn sie geschlossen sind, wie man ja bei Gimli gehört hat, in die Gefährten. Aber wenn man das Losungswort sagt oder eben generell die Losung, dann öffnet sie sich und Elrond erinnert sich dann an diesen eigentlich eher albernen und beiläufigen Kinderreim, den er ja gehört hat in der Wohnung und das ist hier tatsächlich die Losung, um die Tür zu öffnen. Und ich glaube, er hat darauf geschlossen, weil es ist eben etwas, was von Durin ja so alles angeordnet wird und so. Man könnte sich vorstellen, dass Durin vielleicht dieses Losungswort ausgesucht hat, basierend auf etwas, was eben seine Kinder machen, weil er ein Familienmenschen ist. Also da ist eben auch schon so ein bisschen, ja, nettes kleines Detail halt. Vielleicht ist es nicht so, aber man kann sich das so ein bisschen zusammenreimen, dass es vielleicht so gekommen ist. Und das ist halt nice. Wortwörtlich zusammenreimen. Genau, ja, und dahinter findet er einen weiteren Minenraum und hört da ein paar Zwerge im Hintergrund herumschuften. Und da ist ein Bereich, der von einem Vorhang abgedeckt ist und da hat sich meine Ahnung bestätigt, wonach sie dort suchen. Denn, jedenfalls kommt Durin, ist fuchsteufelswild und ah, deshalb bist du hier. Das ist der ganze Grund. Und Elrond wirklich die ganze Zeit, nein, absolut nicht. Und schafft es auch, ihn irgendwie zu beschwichtigen. Und ich fühle da so mit Elrond, Elrond ist so nett in dieser Serie. Er ist so ein netter lieber Kerl. Ich mag den sehr gerne. Ja, und ich kann natürlich auch Durins Misstrauen verstehen zu einem gewissen Punkt. Aber halt, ich mag die beiden nicht gern streiten sehen. Ich will, dass die Besties sind. Ich mag das total gerne, wie die streiten. Und sich wieder versöhnen. Das ist ja genau das. Zum Glück nehmen sie sich den Besties-Zustand wieder ein bisschen an. Weil halt Elrond sagt, wirklich, ich hab hier nichts Böses. Es geht mir nur um unsere Freundschaft und diese tun Geheimnisse nicht gut und so. Das ist sehr hübscher Satz. Und dann sagt Durin, schwöre, schwöre, dass du, was ich dir jetzt anvertraue, niemandem sagst. Sonst wird der Berg Unglück über dich und die Deinen bringen bis zum letzten Tag. Und Elrond schwört bei, wieder ein Verweis auf Erendil, ne? Er schwört bei dem Namen seines Vaters Erendil, dem Seefahrer. Und dann zeigt ihm Durin aus Natur, was sie dort gefunden haben. Und ja, es ist natürlich, und da muss ich mich jetzt bei allen Tolkien-Fans draußen entschuldigen. Es war wirklich so, also ich weiß nicht, was da mit mir los war, Lasse, aber der Arkenstein als Vermutung ist ja sowas von bescheuert. Weil der wird ja erst viel später gefunden. Und der ist ja auch das Herz des Berges Erebor. Das hat ja hier wirklich überhaupt nichts mit zu tun. Ja, also, es ist tatsächlich, wie ich vermutet habe, ich habe es in der zweiten Folge auch, ich habe in so einem Cast, glaube ich, gesagt, ich wusste es. Es ist, es geht hier um Mifril. Genau. Das besondere Metall, welches Frodo dann später auch am Körper tragen wird. Ich muss aber dazu sagen, als dieses Glimmern, dieses Glimmern da war, habe ich auch an den Arkenstein gedacht, weil das das gleiche Licht war. Ja, ähnlich. Ich weiß natürlich nicht, ich hatte mich belesen, aber ich war der Meinung, ist der Arkenstein nicht aber trotzdem dort gefunden worden? Nein, oder wurde der wirklich in Erebor ausgegraben? Der ist, der ist das Herz des Berges, ist der. Okay, alles klar. So, so, es wird ja auch sogar im Hobbit, im Film wird ja auch gezeigt, wie sie den finden und wie dann auch, äh, Troar, äh, den als Königsjuwel, äh, verehrt und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich Mithril, beziehungsweise Mithril, wie sie es hier aussprechen. Äh, ich sag jetzt einfach Mithril, ganz ehrlich, ich bin das gewohnt. Und es ist ja, es ist ja das, das haben wir ja auch von, äh, nee, von Gimli haben wir es nicht gehört im Herr der Ringe, also in die Gefährten, sondern von Gandalf. Also von wegen, der Reichtum Morias basierte nicht einfach nur auf Gold oder Edelstein, sondern auf Mithril. Und, äh, wie Durin hier davon spricht und halt den Wert davon beschreibt und so, das macht's halt wirklich richtig greifbar und, und besonders. Leichter als Seide, härter als Eisen, ne, das, äh. Es würde unsere besten Waffen übertreffen als Klingen und Entmünzen, wäre es wertvoller als Gold. Wie, wie, wie bei Bilbo auch dann, es ist leicht wie eine Feder und so hart wie ein Drachenpanzer, ne? Also bei, bei dem, dem, äh, Panzerhemd. Da wird, da wird einem nochmal bewusst, wie viel Wert eigentlich dieses Kettenhemd ist. Wo man sich nämlich auch tatsächlich fragt, was hat Thorin bitte geritten, dass der, dass der dieses Ding Bilbo gegeben hat. Weil ich meine, gut, äh, in gewissem Sinne, ja, hier ist schon etwas von deinem Anteil und so. Und das ist aber extrem großzügig. Ja, das, das, äh, lustig ist ja dann auch, dass Bilbo dann ja den Arkenstein mitnimmt als vierzehnten Anteil an dem Schatz. Äh, das dürfte ja wahrscheinlich mit, mit der Größte überhaupt gewesen sein. Und dann hier, also das ist ja auch eine, äh, das ist ja, glaube ich, dann auch dieselbe Szene in die Gefährten, wo dann irgendwie Gandalf sagt, ja, äh, das war ein königliches Geschenk. Ich hab's ja Bilbo nie gesagt, aber das, äh, das Hemd dürfte mehr wert gewesen sein als das gesamte Auenland. Wo dann auch Frodo kurz guckt. Und halt im, im Buch, ähm, leiht Bilbo das Hemd ab und zu in ein Museum aus, sogar. Stimmt, in Michel Bingel. Ja, ja. Ja, und also es ist tierisch, dieses, 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 dieses Kettenhemd, unfassbar, äh, was das dann, was das dann für einen Wert hat und, äh, wie, tatsächlich ja auch wie, wie, wie widerstandsfähig es daneben auch ist. Sowas. Und, äh, Elrond bekommt sogar ein kleines Stück geschenkt und gibt ihm dann auch den elbischen Namen, welches, äh, welches, äh, welches Dorin er erst falsch übersetzt. Mhm, graues, graues Glitzern, hieß es für die Zwerge, glaube ich, und für die Elben Mifrod und Elrond nennt es dann Mifril. Wir erfahren dann auch, wie sie es gefunden haben, dass es auch nicht leicht abzubauen ist und also wie sie es gefunden haben, das hatte dieser ja auch schon erzählt in der zweiten Folge, dass sie wirklich wortwörtlich den Stein besingen, was wir dann ja auch später hier nochmal zu sehen bekommen werden. Ja, genau. Und bevor sie es noch richtig vertiefen können, gibt es einen, ich schätze mal, auf jeden Fall einen Gang, einen Sturz, wo ich dann auch dachte, oh nein. Und an dieser Stelle schneiden sie dann weg, wo ich dachte, nein, bleibt hier, bleibt hier in Moria. Aber halt, Durin stürzt sich dort in den Staub und will helfen. Aber dann gehen wir wieder nach Numenor. Na, Numenor, vielen Dank. Ich wollte schon Novelmar sagen, aber das ist die Stadt, das ist die Stadt, die wir bespielen mit unserer Lab-Gruppe. Insider. Wir haben eine schwarze Stadt gefunden und die heißt Novelmar. Ja, aber wir sind wieder da, wir sind wieder bei Earien, sie zeichnet, sie macht gerade Pause und zeichnet ein Tor ab auf einem Platz, wo sie sitzt. Wo man eben auch sieht, das ist derselbe Platz wie vorher, da bei der Versammlung, wo man sich eben auch denkt, ja, kein Wunder, dass sie da, anscheinend ist ja dort irgendwie dann das Gebäude, wo sie ihre Ausbildung hat, also kein Wunder, dass sie da ausgerechnet in der Nähe war. Eigentlich soll sie schrubben und putzen. Ja, Böden und Kälte. Als Teil ihrer Ausflugung. Ja, genau. Trifft dann wieder, trifft dann wieder den Kämen. So leicht ist, sie haben jetzt eigentlich so ihr richtiges Meet-Cute erst, würde man sagen. Vertiefen zwar noch nicht so allzu deutlich, haha, knickknack, aber auf jeden Fall lädt er sie zum Essen ein, ist auch auf seine Art ganz charmant. Und obwohl er halt selbstverständlich natürlich hat das auf ein gemeinsames Essen abgesehen, was sie dann auch anscheinend kriegt, weil sie später davon erzählt, aber wir sind nicht lange bei ihnen, weil wir dann wieder in den Kerker gehen zu Galadriel und Halbrand. Halbrand. Aufgelösten Szene, also das ist jetzt hier nicht der Fall, aber ja, da wirkt der Erzählrhythmus immer noch nicht so richtig ausgegoren. Ich denke mal, hier sind wieder die Showrunner stark beteiligt, weil ja auch tatsächlich, hier kommen halt Sachen in Bewegung. Und ich schätze mal, dass dann die andere Autorin, dass die da halt einfach dazukamen und halt bestimmte Sachen halt werden ausgeflasht und so, der Dialog improved, was eben natürlich auch der Fall ist dann vergleichsweise. Genau, aber halt Galadriel ist immer noch im Gefängnis und kriegt wieder so eine kleine, so eine gewisse, ich will, so eine gewisse Belehrung von Halbrand, wo er halt auch sagt, ja, ihr mögt euch mit Schlachten auskennen und so, aber offensichtlich nicht mit derlei, mit derlei Gesprächen, wie ihr da gerade eins hattet und sie dann auch wirklich gibt dann zu. Na gut, fahrt fort. Ja, er vergleicht sie, er vergleicht sie mit einem Wildhengst, glaube ich, und das geht ja unglaublich auf den Keks, vor allem finde ich das von, also die Szene ist auch irgendwie, die hat auch irgendwie einen schönen Gegensatz, weil während Halbrand da total gechillt liegt, läuft Galadriel wie so eine Löwin im Käfig auf und ab. Ja, ist schon, ist schon klasse und er halt, ja, wie auch immer, ich habe mich da abgefunden, aber er bringt es auf jeden Fall auf die Spur, dass, ey, es geht um ihren, es geht um ihren Vater da oben, ähm, halt doch mal innen galoppieren und so weiter. Also um den, also um den, um den Vater von Miriel, weil sie hat ja, das, das ist ja der Knackpunkt gewesen, Galadriel hat verlangt, den zu sprechen und das hat dann Miriel endgültig auf die Palme gebracht, sodass sie dann Galadriel einknasten ließ und ja, das ist dann so der Schlüssel, das, also Halbrand ist der Meinung, ihr müsst überlegen, warum seid ihr jetzt hier, weil ihr danach gefragt habt und dann sagt er etwas und da hat man dann doch gemerkt, dass der ganz schön manipulativ unterwegs ist. Er sagt, ihr müsst rausfinden, was sie am meisten fürchtet, ihr zeigen, wie man das beherrschen kann, damit ihr sie beherrschen könnt und da dachte ich mir dann so bei der ganzen Szene auch dann gleich mit Pharrason, ich meine, es gibt ja immer noch die Vermutung, dass er auch Sauron sein könnte und die fand ich dann nach der dritten Folge ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, unabhängig davon, ob der sich jetzt in der Schmiede bewirbt oder nicht, aber wenn man doch dann sieht, wie manipulativ und einflussnehmend er hier auftritt und auch so wirklich aus dem Hintergrund eher, eigentlich fast als wäre das zu seinem eigenen Vergnügen, da kam ich dann doch schon so ins Grübeln. Kenny, wie war das bei dir? Ja, das ist das, was ich vorhin schon meinte, das ist genau das, was ich gesagt habe, das ist, irgendwie stimmt irgendwas nicht mit dem, das ist von allen Charakteren, die wir jetzt so haben, von den Hauptcharakteren, der am fragwürdigste, weil wir wissen nicht, woher er kommt, wer er ist, was er macht, er ist einfach irgendwo aus dem Nichts gekommen und jetzt plötzlich ist er da mittendrin in dieser ganzen Runde und wird irgendwann nochmal wichtig. Und er ist halt diese düstere Seite ja auch, weil er errichtet die Typen, die er verprügelt, ja übler zu, als er es müsste. Ja, und alleine gegen vier oder fünf, wie viele es waren. Batman-Arkham-Style, würde ich sagen, war da schon. Es ist wirklich exakt, wie in den Arken gelten, snapping people's arms for no reason, das ist halt exakt, Ben Affleck hat das auch gemacht. Ja, auf jeden Fall, bevor Galadriel dann wirklich irgendwie was unternehmen kann, also man merkt, ihr gefällt es zwar nicht, was er sagt, aber sie wird es trotzdem hören und lässt es dann auch über sich ergehen, dass er sie ständig mit einem wilden Pferd vergleicht, aber bevor dann irgendwas passieren kann, taucht Pharrason auf, flankiert von Wachen, die dann jetzt Galadriel eigentlich zurück zu den Elben schicken wollen, natürlich unter bewaffneter Aufsicht. Galadriel will sich das allerdings nicht gefallen lassen, überwältigt die Wachen und dann wieder, wieder zieht Halbrand an einem Faden, nämlich an dem von Pharrason, der will nämlich erst das Schwert ziehen und sagt, ja, ich kann sie ja nicht entkommen lassen und dann sagt Halbrand, ja, du kannst ja erstmal sehen, wohin sie geht und deshalb kannst du sie entkommen lassen. Und da sieht man wieder Einfluss und gerade bei Pharrason, wenn man dann weiß, was später noch kommt, im Hinblick auf seine Figur und die ganze Entwicklung von Numenor. Oh Mann, jetzt will ich wissen, was der macht, was der wird, ey, du musst mich nachher spoilern. Ja, kannst du auch gerne. Ich will nachher wissen, was Pharrason macht. Kannst du auch gerne googeln, ja. Ich will hoffen, dass sie es hier machen, ich bin eh schon froh, dass wir mehr von dem sehen, weil der ist, also Pharrason ist hier wirklich so das, was Otto Hightower aktuell in House of the Dragon ist, so ein richtig schöner Strippenzieher und ich will hoffen, dass wir da noch einiges von haben werden. Auf jeden Fall gehen wir dann wieder auf die Straßen von Numenor, wo Jari und ihren Bruder findet und dann, er sagt, ja, ich wurde rausgeschmissen und hab auch meine Freunde dazu gebracht, dass sie rausgeschmissen werden und da gibt's diese schöne Einstellung, wo wir eine Wandbemalung sehen. Hm, ist mir aufgefallen. Wo eine Schiffsmannschaft, und die ist halt sehr prominent eben zu sehen, wo ich mir denke, das ist natürlich auch eine Bedeutung, da sieht man eine Schiffsmannschaft im Kampf mit einem Seeungeheuer und man sieht dort Menschen, aber auch mindestens eine elbische Figur. Seite an Seite stehen mit langen Lanzen und da dachte ich mir, ach nice, aber es ist halt alles so ein bisschen abgeblättert und es ist einfach so Teil von, ja, aber es ist trotzdem ein Teil der Kultur, also so ein schöner Rückblick in die Vergangenheit. In Folge 3 war das ja auch, dass, da hatte Isildo ja auch verwiesen, dass immer noch in viele, also dass man in vielen Teilen der Architektur der Stadt irgendwo immer noch Überreste davon sehen konnten, dass die Elben. Oh ja, Elend-Deal hat's gesagt, ja. Genau, Elend-Deal, dass die da ein- und ausgingen und auch sehr gut miteinander standen und das findet sich dann hier auch wieder, fand ich tatsächlich sehr schön, ich muss auch zugeben, dass ich diesen, diese Wand, dieses Wandgemälde interessanter fand als das Gespräch. Naja, auf jeden Fall, die reden halt darüber, dass halt nur halt, jetzt könntest du in den Westen. Sie hatte ein Date. Genau, sie ist auf jeden Fall, wir merken, okay, sie ist auf das Date eingegangen, wirkt auch halbwegs zufrieden, aber er ist ... Frustriert. Ja, du könntest in den Westen, aber ja, aber Vater wird sauer sein und ich werde bestimmt nicht das Pferd kriegen und so weiter. Bevor das aber noch groß vertieft werden kann, sehen wir die Wachen herumrennen, wie aufgescheuchte Hühner, die Elbe ist weg. Genau. Sie ist den Turm hochgeklettert, was absolut nicht abwegig ist, weil wir wissen, wie Capable Elben sind und wenn Legolas so was kann, dann kann sie das erst recht. Ja, man hat sie doch auch gesehen, wie sie am Anfang da im Eis da in der ersten Folge hochgeklettert ist, ne? Ja, genau, da sind sie auch gut klettern, wenn sie das so bei Eis schaffen, dann hier auch bei so einer Architektur. Jedenfalls schafft sie es oben in den Königsraum einzubrechen, wo wir ja kurz angeteasert wurden, auch in Folge 3. Und wir sehen dort einen sterbenden König liegen, also im Fall einen uralten Typ mit seiner Tochter an seiner Seite. Er ist quasi gar nicht mehr ansprechbar, sein Name ist Tar Palantir. Genau, und das ist auch, ich weiß nicht, Kenny, du kanntest ja den Namen nicht, aber ich glaube, da kannst du jetzt auch die Verbindung zu dem ziehen, was dann hier noch kommt, oder? Ja, ja, also der Begriff ist ja nun bekannt, ne? Auch selbst aus seiner Ringe, Palantir, das kennt man. Und das auch dann der Turm, also das hatte ich ja schon in der letzten Folge vermutet, das ist ja tatsächlich hier ein König von Numenor, der dann aber irgendwann vom eigenen Volk entmachtet wurde. Und dadurch hat dann eben Miriel den Platz eingenommen, also das erzählt sie dann auch, während sie mit Galadriel hoch auf den Turm steigt. Weil Galadriel will jetzt von ihr wissen, warum hält dein Vater die elbischen Werte hoch oder beziehungsweise das, was von deinem Vater übrig ist und du aber nicht. Und deshalb führt sie sie dann hoch in den Turm, erzählt ihr dann dabei, dass ihr Vater eigentlich immer ein relativ zurückhaltender Mensch war, dass er dann aber, als er gekrönt wurde, ja wirklich zum Glaubenseiferer wurde. Also der war halt fest der Überzeugung, dass sie alle Buße tun müssten, weil die Vala, also weil das sonst den Zorn der Vala erregen würde, also sprich, gottesfürchtig schon. Vor allem wollte der aber auch das Bündnis mit den Elben erneuern, weil er eben den Elben eher zugetan ist. Das hat dann allerdings, also das hat Unbehagen unter seinem Volk verursacht und dadurch wurde er dann entmachtet, sie als Regentin eingesetzt und sie, von ihr erhoffte man sich, dass sie den kommenden Sturm abwehren könnte. Und trotzdem hat ihr Vater dann, glaube ich, an dem Abend, als sie zur Königin Regentin ernannt wurde, ihr etwas gezeigt in diesem Turm und das zeigt sie nun auch Galadriel. Und bevor wir darauf eingehen, hast du das Schwert im Hintergrund gesehen, Lasse? Hab ich. Es sieht, bis auf die Grifffarbe, die hier heller ist, es sieht eins zu eins aus wie Narsiel, was später zu Andoriel wird. Es ist wirklich, die Form ist zu ähnlich, als dass das ein Zufall sein könnte. Was mich ein bisschen besorgt, weil ich halt, dadurch, dass es wirklich, es kann auch sein, dass es einfach nur ein Easter Egg ist. Das ist einfach, so wie bei in der zweiten Witcher-Staffel, da sieht man ja kurz die Schwerter aus dem Videospiel. Und ich denke mir, wenn das so eine Art von Easter Egg ist, dann hab ich gar kein Problem damit. Ich hätte ein Problem damit, wenn die jetzt tatsächlich irgendwie diese Serie in die Kontinuität der Filme stellen wollen, weil ich wünschte, diese Serie würde so bei deren eigenen Zeug, also so deren eigenes Ding machen. Und wir müssten das nicht so zwanghaft als Prequel sehen für die Filme. Also wenn es nur ein Easter Egg ist, schön. Wenn es jetzt tatsächlich das Narsiel dann sein soll, dann denke ich, äh. Ich muss sagen, ich sehe gerade beim Design noch so Überbleibsel davon, dass das hier wohl doch sehr wohl mal als Prequel zu den Filmen angedacht war. Das haben sie ja mittlerweile verneint und Peter Jackson ist ja auch außen vor geblieben, den haben sie ja geghostet. Aber sie haben hier trotzdem vor allem, was das Produktionsdesign angeht, hatten sie ja hier zum Beispiel auch John Howe mit am Werk, der ja bekanntlich sowohl bei der Hobbit-Trilogie als auch bei der Herr-der-Ringe-Trilogie mit beteiligt war. Als Konzeptzeichner, ja. Gerade in den Designs siehst du wirklich noch die Überbleibsel davon, dass das hier doch wirklich mal als handfestes Prequel geplant wurde. Aber das Ding ist ja halt eben, wenn du eben diesen Konzeptzeichner auch hast und halt die Sachen, viele von den Sachen, die er ja unabhängig von dem Film gezeichnet hat, das sah dann später so ähnlich aus und so. Was dann eben auch heißt halt, dadurch, dass du so einen Tolkien-Interpreter hast dort mit am Werk, ist es klar, dass es irgendwie ähnlich aussieht, weil ja, es ist logisch. Aber wenn man halt exakt so das dann nachbauen will, ich weiß halt nicht. Also nicht exakt. Ich finde, es gibt genug Unterschiede, dass das hier für sich stehen kann. Und das sollte es auch. Und das hier, wie gesagt, es könnte einfach nur ein Easter Egg sein. Das ist so ein bisschen halt halbwegs prominent im Bild. Aber wer weiß, wer weiß, worauf das noch hinausläuft. Ja, worauf läuft diese Szene hier hinaus? Wir haben es wahrscheinlich alle irgendwie kommen sehen, also auch Kenny, ne? Tja, erzähl es mir. Was habe ich gedacht? Komm, jetzt schau in meinen Kopf. Ja, du hast auf jeden Fall einen Palantir erwartet. Jede Wette. Ja, natürlich. Das Ding ist, der hat ja erwähnt, es gibt irgendwie mehrere davon. Sieben Stück. Und ich weiß, wie viele es davon gibt, wusste ich nicht. Ich weiß, es gibt ja zwei. Sauron hat ja einen, Saruman hat einen. Und von den anderen weiß ich halt nichts. Und jetzt sehe ich da wieder ein neues. Wo sind die anderen? Die wurden ja irgendwie versteckt. Also ich kenne die Geschichte dazu halt leider nicht. Im Buch hat Denethor noch einen. Also der Trochsess von Gondor, der Vater von Boromir und Faramir. Das könnte sogar der hier sein. Ich glaube nämlich auch. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das derjenige ist, den er dann später halt laut der Lore hat. Das ist eben das, worauf er eben ja auch anspielt im Rückkehr des Königsfilms. Denkst du, dass die Augen des weißen Turmes blind seien? Genau. Sie gehen nicht darauf ein, dass er einen Palantir hat, aber das ist das, was er damit meint auch. Aber es funktioniert trotzdem so ohne diesen Kontext. Selbstverständlich, weil ja, die passen natürlich auch auf. Aber ja, er hat jedenfalls im Palantir, hat er seinen, seinen Untergang gesehen. Und was mit dem, was an dem Palantir dann passiert, ist echt mega creepy. Da kann ich, da kann ich, das muss ich kurz erzählen, Kenny, weil nämlich er, wenn Denethor sich verbrennt im Buch, dann legt sich dann ja auf den Scheiterhaufen und er nimmt den Palantir und legt ihn auf seine Brust. Und der Palantir überlebt, ähm, das Feuer. Aber, ähm, es wird dann gesagt, jeder, der danach in den Palantir schaute, sah nur zwei gealtete Hände, die sich in Flammen verzehrten. Genau, genau. Schade, dass sie das in den Film nicht eingebaut haben. Das ist einfach noch ein bisschen too much dann halt. Also, das ist ein Detail, das man dann gut fallen lassen kann. Und die haben ja auch, ähm, Denethor's Rolle so ein bisschen anders angelegt, wo man halt, äh, so ein bisschen eher so One Note, im Buch ist er ein bisschen komplexer. Und, äh, ja, also ich kann gut verstehen, dass man dann dieses mystische Ding außen vor lässt. Es gibt einfach bestimmte Sachen, die man kürzen muss. Vor allem haben sie ja, äh, in den Filmen, ähm, im Extended Cut gibt's ja dann noch die Szene, wo Aragorn den Palantir benutzt, um Saurons Blick auf sich zu lenken, beziehungsweise zumindest dessen Aufmerksamkeit. Äh, und das haben sie ja zum Beispiel in der Kinofassung auch komplett, äh, rausgestrichen, ne? Eigentlich ein viel besserer, lustiger, lustigerweise ist der Cut so viel wirkungsvoller in der Kinofassung. Weil nämlich, da ist es in der Kinofassung ist es, dass dann halt Gimli sagt, oh ja, geringe Haussicht auf Erfolg, worauf warten wir noch? Und dann schnitt uns die Marschieren los, außen wie das Tiere. Ja. Und das ist in dem Sinne befriedigender eigentlich. Aber trotzdem, äh, schöne Szene dann im Extended Cut. Wie Dom aber schon gesagt hat, man guckt halt nur die Special Extended Edition, ne? Man anguckt die. Natürlich. Ja, ach, ganz ehrlich, wer die nicht guckt, also das, äh, auf jeden Fall, ähm, was man noch kurz ergänzen kann zu dem Palantiri, also sieben Stück gab es, es ist, äh, nicht so ganz klar, wer die hergestellt hat, es, äh, man kann allerdings davon ausgehen, dass es eventuell derselbe war, der die Semarilli, äh, geschmiedet hat. Also, äh, Feanor und, äh, der Clou an denen ist, also, äh, das wurde ja einem zumindest in, in Herr der Ringe eher so verkauft, dass man dadurch in erster Linie über, also im Grunde ist das, ist das Fantasy Skype, dachte man eigentlich so ein bisschen, ne? Also, dass die halt über, über große Entfernungen kommunizieren können, aber es geht nicht nur durch Zeit, sondern, äh, durch Raum, sondern auch Zeit mit diesen Dingern. Also, die können einem auch Zukunft oder Vergangenheit oder was auch immer zeigen. Das, was Galadriel jetzt Spiegel später tut. Genau, richtig, wollte ich gerade sagen, es ist hier, das ausgerechnet Galadriel hier, die erste ist die, die in so ein Palantir blickt hier in der Serie, ist irgendwo auch eine ironische Umkehrung, äh, gegenüber, äh, ihrer späteren Position dann in, 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 in die, äh, in die Gefährten, ne? Ich kann mich gerade nicht erinnern, gab's einen auf der Wetterspitze? Lag ein Palantir auch auf dem, was früher die Wetterspitze wurde? Also, hier Amon Sul meinst du, ne? Ja, genau, ich meine, es könnte sein, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht, ob das irgendwann mal wird. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen, äh, in Minas Morgul, ähm, was dann ja später die Festung vom Hexenkönig wurde, also, da lag einer drin. Genau, den, den hat ja Sauron dann, äh, missbraucht tatsächlich, ne? Also, diese, diese Palantiri, die sind ja nicht, äh, von Grund auf schlecht. Äh, Denethor ist ja dadurch, dass er da reingeblickt hat, äh, in Herr der Ringe, äh, hat er dann ja, also, Sauron hat ihn dann ja, äh, völlig verwirrt irgendwie mit riesigen Armeen und, und, äh, also, das, das hat ihm nicht gut getan. Ja, und es war praktisch, als wenn er sich, äh, äh, Propaganda-Fernsehen angesehen hätte, ne? Ja, aber auf jeden Fall halt, in, 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 in den Filmen hat dann halt, also, Sauron hat definitiv einen und Saruman hat dann ja eben den anderen. Und im Buch gibt's dann aber definitiv noch den von Denethor und irgendwo anders gibt's vielleicht noch andere. Das hängt ja damit zusammen, dass, äh, Isengard, äh, gehörte ja auch mal zu Gondor und da Saruman ein sehr gutes Verhältnis zu den Menschen von Gondor hatte, ein deutlich besseres als Gandalf, wie man ja auch gesehen hat, äh, haben ihm die Gondorianer, also die Nachfahren der Numenora, dann diese, also hier Isengard geschenkt sozusagen. Und da ist ja dann der Turm Orthanc und da drin dann der, der, äh, Palantir. Aber wir sehen, äh, wie Galadriel dort hineinblickt und ich muss sagen, das hat mir echt gefallen. Das war zwar nur kurz, aber sie legt ihre Hand da drauf, man denkt eigentlich erst, der splittert irgendwie. Aber stattdessen zerspricht. Das ist so ein cooler Effekt. Ja, das fand ich echt geil, ja. So ein cooler Effekt, halt, es wirkt so als, so wie das Opening von The Dark Knight Rises, so diese leichten Eis, äh, Arme irgendwie. Die gehen so davon weg. Und darin formt sich dann das, was Galadriel sehen, da tauchen wir so mit drin ein. Also es ist echt cool, also kurz, so leicht wie so in der Spiegeldimension, so ein bisschen so auf dieser Oberfläche zu sehen, aber dann ist es halt in der richtigen, äh, Filmform. Und es ist quasi eine gespiegelte Version von dem, was, äh, wir schon am Anfang gesehen haben, nur steht sie jetzt an der Stelle der Königin. Und, ähm, die Farbgebung ist ein klein bisschen anders. Und es ist eben derselbe, derselbe Vogelperspektiven-Shot. Toll. Es ist, ja, es ist alles cool gemacht und sie kriegt den Schnelldurchlauf davon zu sehen, Reveille jedenfalls. Aber das, das ist doch nicht das, was passieren muss. Das, das könnte nur passieren. Und sie so, ja, aber es passiert schon und es begann mit deiner Ankunft hier. Wir hatten es ja am Ende von Folge 3 schon gesehen, dass sie, äh, die Ankunft von Galadriel, äh, in Númenor tatsächlich als böses Omen sieht. Und, äh, aus ihrer Sicht, also Galadriel hat die Zukunft gesehen im Palantir und letzten Endes dasselbe dann, oder was sehr, sehr ähnlich ist auf jeden Fall wie Miriel. Und die sind fest davon überzeugt, Galadriels Ankunft, äh, leitet diesen Untergang ein. Und, äh, sie erinnert dann auch nochmal da dran, also Miriel erinnert da dran, ja, die Valar gaben uns diese Insel und sie können sie uns auch wieder nehmen. Und Galadriel, äh, stößt dann wieder an. Es muss ein neues Bündnis zwischen Elben und Menschen geben. Und gerade diesen Krieg, der bevorsteht in Mittelerde, den zu meiden, der könnte gerade das Ende für die bedeuten. Weil Mittelerde wäre dann ja nur der Anfang und früher oder später könnten die sich auf ihrer Insel auch nicht mehr raushalten. Und eventuell würde das erst recht den Zorn der Valar erregen, wenn sie, äh, sich dort raushalten. Äh, also sie erkennt auch, dass Miriel in erster Linie aus Furcht handelt. Und, äh, das ist dann interessant. Die beiden Frauen, die finden dann nämlich hier durchaus ein Draht zueinander. Weil Galadriel sagt dann zu ihr, ja, ich kenne das Gefühl, die Einzige zu sein, die irgendwas sieht, was andere nicht sehen möchten oder wahrhaben wollen. Und vielleicht haben wir jetzt durch unser Bündnis und unser gemeinsames Handeln die Möglichkeit, diese Bürde nicht mehr allein tragen zu müssen. Und obwohl Miriel das ja ablehnt, unter anderem, weil sie meint, ja, mit den Elben zu korrespondieren, äh, das war das, äh, was mein Vater vorhat. Und mein Vater hat uns mit seinem Glaubenseifer fast in den Untergang geführt. Aber man hat gemerkt, dass, also in der Szene merkt man schon, dass Galadriel, äh, äh, schon einen, äh, Druck auf Miriel macht. Und dass die sich so langsam annähern. Oder wie habt ihr das verstanden? Ja, nö, das fand ich auch. Der Eindruck war da. Ja, ich hatte sogar eher Angst, dass sie immer noch nee sagt. Dass es nicht eindrucksvoll genug ist, was sie sagt, dass sie trotzdem stur bleibt und sagt, nein, ich helfe dir nicht, verpiss dich. So, aber das ist dann doch nicht passiert. Ich war wirklich dann überrascht, dass sie dann doch irgendwie zugänglich war. Nee, aber doch offensichtlich ist es dann ja doch passiert, wenn man die letzte Szene bedenkt. Weil, erst mal scheint es ja so, als bliebe sie bei dem ursprünglichen Plan und schickt sie dann einfach weg. Man muss bedenken, die sind beide irgendwo auf ihre Art stur, ne? Stur und stolz irgendwie. Irgendwie jeder an dieser Welt ist irgendwie stur und stolz. Ja, ja. Nein, nicht ganz. Ich würde, ich, 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 Nori nicht unbedingt. Nori ist stur, aber nicht stolz. Ja gut, Nori. Ja, Nori ist ja auch sauber. Sehen wir ja in dieser Folge nicht. Dann gehen wir zurück in die Südlande. Rowan Cop mit den Vorräten. Aber ohne Theo. Ja, ohne Theo und halt die, 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 die Wälder und so. Also die Landschaft gibt auch nichts mehr her, was man jagen könnte. Auf jeden Fall. Wir sind jedenfalls nur kurz dort in der Festung. Dann sind wir wieder bei Theo, der aus dem Brunnen klettert und den Orks ausweicht. Alles ein, äh, ein Long Take. Ja, eine Plansequenz. Toll. Was mir sehr, was mir sehr gefallen hat, wir sehen die Orks laufen herum, wir sehen im Hintergrund Sachen brennen, er versteckt sich, entgeht Orks mehrfach. Alles wirklich geht so, geht so zwei Minuten lang oder wie auch immer. Es ist halt wirklich. Schön. Ja, nice. Er schafft es halt auch zu weichen, als er dann, dann am Ende wusste ich, ja, jetzt kommt einer von der Seite und schnappt ihn. Genau, das passiert auch. Es ist einfach, sein, 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 sein Grinsen ist dann doch zu glücklich. Aber, äh, der Ork erwischt ihn. Ich glaube, der Jet Brophy Ork. Der will ihm den Arm abschlagen, glaube ich. Da gibt's einen sehr schönen Effekt, wo wir halt denken, oh Gott, jetzt schlägt er ihm den Arm ab und da passiert was offscreen. Aber was stattdessen passiert, ist er eine Klinge von hinten reingekriegt, äh, weil Aron dir ihm zur Hilfe geeilt ist in letzter Sekunde. Dann schlägt er dem Ork noch den Kopf ab zusätzlich. Nach wie vor eine angenehme Brutalität hier. Ähm, die nehmen das alles ernst. Äh, und dann kommt eine sehr interessante Sequenz, wo wir im Prinzip eine Verfolgungsjagd haben, aber komplett in ... Slow Motion. In Slow Motion, ähm, sehr, äh, mit sehr, ähm, äh, einerseits dramatischer, aber auch sehr schöner Musik. Wo wir auch den Schnitt haben, wo er den, den Pfeil auffängt und schießt. Also, auf jeden Fall, sie schaffen's. Sie schaffen's. Das ist aber auch nicht ungewöhnlich für Elben. Das ist sogar etwas, was Wikinger damals geschafft haben. Das ist schon geil gemacht. Ja. Ja, aber es war schon irgendwie, ach, ich weiß nicht, also da, ich, nee, also wie, wie Aron dir so wieder superheldenmäßig inszeniert wird. Äh, vielleicht liegt's auch halt am, Kontext. Ich fand die Szene leider, das, also da, da kommen wieder für mich die Kinderkrankheiten von hier Wayne Jipp, also dem Regisseur zurück. Äh, der hat ein Fable für Slow Motion und für übertriebenes Pathos, was wirklich schon sehr dick aufträgt. Sei es jetzt von der Inszenierung oder von der Musik her. Und mich erreicht das leider gar nicht, muss ich sagen. Das sind diese Pathos und so, das hattest du aber auch schon bei Peter Jackson hier und dort. Aber ja, da hat's natürlich trotzdem anders gewirkt. Ja, das waren halt Figuren, für die du dich geshared hast. Jetzt, ehrlich, da würde ich immer so nicht wissen, Tom, wie findest du die Szene, wo Legolas diesen Olifanten quasi niederschlägt? Dann müsste das tatsächlich quasi auch für dich nervig sein, wenn das zu übertrieben ist. Ja, das ist so, also schon, schon, ich, also insbesondere bei Legolas hat Peter Jackson es teilweise übertrieben, da war's aber noch okay. Aber ja, das ist halt auch so die Kinderkrankheit. Bisher ist für mich Aaron hier eigentlich nur, und das ist jetzt weiß Gott nicht diskriminierend gemeint, aber bislang ist er einfach nur halt Legolas in schwarz. Mehr ist er eigentlich nicht. Und mehr Identität hat die Figur bislang für mich nicht. Und das tut mir ... Finde ich aber nicht. Er ist eigentlich eher distanziert. Er wirkt so emotionslos. Legolas hat wenigstens noch irgendwie mal blöde Sprüche gemacht oder mal auf die Kacke gehauen und hat sich mit ihm ein bisschen rumgezopft. Er ist so total konzentriert, kann mit Menschen in der ähnlichen Emotion nicht so richtig umgehen, aber ist halt ein verdammt guter Krieger. Also, da muss ich sagen, die unterscheiden sich schon. Also, das, das, also eins zu eins, die mit Legolas zu vergleichen, nee. Die unterscheiden sich so, insofern, dass Legolas halt so was wie einen Charakter hat und Aaron dir absolut gar keinen. In den Action-Szenen werden sie halt gleich übermächtig inszeniert, was für mich nicht funktioniert. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich hab das jetzt auch nur im übertragenen Sinne gemeint, auch weil Aaron dir auch ein Waldelb ist, aber, ja, oder, dann kann man es eigentlich noch weiter runterdampfen. Er ist einfach nur der Schwarze Elb. Typ, das, das ist seine Rolle bisher in der Serie und die Figur funktioniert für mich emotional gar nicht, leider. Na, vielleicht kriegt er noch seine Momente. Wo man hier aber auch definitiv ja sieht, dass ihm die, äh, Bronwen und ihr Sohn was bedeuten, ähm, auch wenn es halt nicht, nicht, nicht hundertprozentig ihm so zeigen kann. Auf jeden Fall, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist die zweite Hälfte der Szene, wo sie nämlich dann aus dem Wald herausgehen und im richtigen Moment geht die Sonne auf, was die Orks aufhält und, ähm, sie, sie schaffen es weg. Ähm, was dabei super interessant ist, ist, ähm, dieser Übergang musikalisch, weil wir haben diesen Gesang, diesen, diesen leicht so Wailing-Gesang, was ja allgemein so in der Filmmusik so Klischees, dass ich nicht mehr hören kann. Hier hat's für mich funktioniert und ich dachte, warum funktioniert das hier für mich? Einerseits, das klingt halt schön, aber halt, warum ist das, und, aber trotzdem ist es eine seltsame, so, so Überdramatisierung, so die Sonne, die geht auf darzustellen und so. Und ich hab mich gefragt, was genau ist das hier? Aber, tatsächlich geil, die Musik gilt als, äh, funktioniert hier als Überleitung für die nächste Szene. Und zwar gehört, ähm, die Stimme tatsächlich dieser, welche halt in einem Ritual, äh, den Fels besingt. Und das ist tatsächlich ihr Gesang. Das ist nicht übersynchronisiert. Ja. Das ist tatsächlich ihre eigene, äh, Stimme, die wir hier hören, was echt mega cool ist. Ja, krass. Ja, krass. Ja. Und, äh, das, ja, also, das ist eine, eine richtig coole Überleitung, wo ich dachte, oh, nice. Also, das, damit hatte ich einfach nicht gerechnet, wie wir hier so die, diese Szenen musikalisch miteinander verknüpfen. Wir kriegen so eine schöne Aufnahme auch vom Gebirge, äh, als Zeichen, oh, wir wechseln jetzt den Ort. Und, äh, wir haben hier so ein, so ein Zwergenritual, wo ich erst dachte, ist das ein Beerdigungsritual? Aber, äh, tatsächlich nicht. Sollte man erst denken, glaube ich, ne, in Hinblick auf diese, äh, Bergbau-Katastrophe da vorher. Ja. Genau, und Elrond beobachtet das alles, sieht den Fels so leicht vibrieren, er ist definitiv ergriffen und verwundert von dem Ganzen. Und diese Mithril-Adern treten hervor, ne? Ja. Ich muss dazu sagen, es wurde ja, äh, als man das schon so in den Trailern sah, wie die da so stehen mit, mit Kerzen und sie dann so, also ist ja alles sehr, äh, sakral wirkt das irgendwo auch. Genau. Da waren ja erst Spekulationen, ob die Zwerge da irgendwie eine Art Sekte oder sowas haben. Und ich bin froh, dass das nicht kam. Ähm, und es ist, es ist tatsächlich, es ist weder jetzt ein Klagegesang noch sonst was, sondern es ist eine Bitte an den Felsen, äh, die Zwerge, äh, heil zurückzubringen oder zurückgebracht zu haben. Äh, und fand ich tatsächlich sehr toll, weil man hier tatsächlich mal wirklich was von zwergischer Kultur erlebt, äh, ähnlich wie im Hobbit, nur auf eine andere Art, ne? Ja, und sie machen es auch spannend, wo wir erst denken, oh, es ist, es ist Durin jetzt auch mit verschüttet, dass der verletzt, aber nein, er kommt dann, äh, in einem kleinen Zeitsprung kommt er dann hin, tatsächlich haben es alle lebendig rausgeschafft. Sie ist Elrond super dankbar, dass, äh, er dorthin kam, weil, äh, ohne, ohne, ohne Elrond, äh, wäre wahrscheinlich Durin da mit in dem Gang gewesen und so, es ist alles, also sie ist echt erleichtert. Und dieser bittet auch um Verzeihung für ihre Notlüge und, äh, während die sich da eigentlich relativ zusammenraufen, sie und Elrond, äh, ist Durin ziemlich sauer, denn, äh, sein Vater, äh, Durin, der Dritte, der zieht ja bereits Konsequenzen aus der ganzen Nummer, nämlich er will die ganze Mine beziehungsweise diese Ader verschließen lassen. Äh, Durin ist, ist richtig pissig und sagt, oh, am liebsten würde ich dem alten Esel endlich mal die Meinung geigen und dann steht Elrond neben ihm und fängt an, über seinen Vater Erendil zu sprechen. Fand ich auch eine sehr tolle Szene, weil hier ist wieder dieses Motiv der Väter beziehungsweise der Söhne, die, äh, zweifeln, ob sie ihren, ihren Vätern gerecht werden können, sehr präsent. Ja, ist schon, und endet mit einer wundervollen, ähm, leider nicht zu Ende erzählen, Anekdote, wie die beiden sich zum ersten Mal begegnet sind und, äh, ergänzen sich beide jeweils so ein bisschen, nein, so war's, nein, so war's, ich hab ihn gerettet vor diesem und jenem und das fand ich sehr, sehr lustig. Ja, da kommt wieder dieser Scham zwischen den beiden davor, diese, diese. Ja, so eine richtige Bromance. Ja, genau, richtig. Aber ich fand auch diesen, diesen Spruch, den, ähm, Dingens sagte, heute wäre ich froh, wenn ich mit meinem Vater einfach nur reden könnte. So, nach allem, so, egal was es ist, aber ich möchte einfach nur ein Wort wieder mit ihm reden. Und das hatte so eine, so eine, so eine, so eine bedeutungsschwangere Aussage, die scheinbar auch bei, bei dem Zwerg gefruchtet hat, ne, also bei Durin. Ja. Was, was, so, okay, ja, ich glaube, du hast recht, ja. Elrond, Elrond erzählt ja, also wie gesagt, von seinem Vater Erendil und, äh, über dem muss man ja wissen, der segelte ja, also das erzählt er ja dann, er segelte ganz allein nach Valinor und überzeugte dort die Valar, äh, mit in den Krieg zu ziehen gegen Morgoth. Und als Lohn dessen, äh, haben die Valar ihn praktisch, äh, über diese Welt hinausgehoben und er wurde wortwörtlich zum Abendstern am Himmel. Und Elrond sieht dann dieses Sternbild und wird dann jedes Mal an seinen Vater erinnert. Also das ist ja für dich vielleicht als Anknüpfung, Kenny, äh, das Licht, was Galadriel, äh, Frodo in der Fiole mitgibt. Das ist, äh, das Licht Erendils. Das ist das Sternlicht eingefangen in dieser Fiole und das ist, das ist wirklich so ein bisschen für die Elben hat, das, das hat ein bisschen was vom, vom Polarstern auch. In erster Linie Abendstern an dieser Stelle. Aber das ist auch ein bisschen abstrakt, dass jemand halt zu einem Stern wird, ne? Also Gott, du meinst, alle, die so erzählen, da wurde zum Stern so, oh, und dann Katze da zu dem Stern, wie er da im Himmel heckt und nichts zu tun hat. Ja. So, oh, so ein scheiß Leben als Stern, ist echt langweilig hier oben. Ja, er weist den Seefahrern den Weg nach Hause, ne? Ja, erster Leuchtturm. Genau, so ein bisschen. Im Anschluss sehen wir dann tatsächlich noch eine Szene zwischen Durin dem Dritten und Durin dem Vierten. Also Durin der Vierte ist ja der Sohn. Und was man hier nochmal sagen kann, das hatte ich gar nicht so mit eingebracht in der zweiten Folge, wo wir die ja bereits zusammen erlebt hatten. Eigentlich, und da merkt man halt wieder, wie sehr die Serie das hier alles ein bisschen zusammenrafft, eigentlich dürften sich diese beiden niemals begegnen. Weil bei den Zwergen ist es so, dass ein Durin immer nur dann geboren werden kann, wenn der andere gestorben ist. Also der Zwergenvater Durin, der allererste Zwergenkönig, der wird praktisch immer wieder neu geboren. Und ja, es kann halt kein Durin den Dritten und Durin den Vierten gleichzeitig geben. Daran merkt man das also schon. Finde ich aber gar nicht verkehrt. Es wird dann ja auch hier sogar drauf verwiesen, als er dann, also sein Vater sitzt da auf dem Thron und der bittet ihn dann um Verzeihung. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen jetzt milder gestimmt durch das Gespräch mit Elrond über seinen Vater. Und Durin, der Dritte, sagt dann ja, ja, bei den Zwergenkönigen ist es so, dass man hofft, dass wenn sie geboren werden, dass sie erfüllt werden von den Stimmen ihrer Vorgänger. Und dass sie dadurch dann weiser und klüger und was weiß ich sind. Also da haben wir halt auch wieder Reinkarnation. Deshalb ist diese Begegnung ja eigentlich nicht möglich. Aber man sieht dann doch, dass Vater und Sohn dann doch irgendwie gewissen Draht zueinander haben. Und der Sohn offeriert dann dem Vater, dass Elrond sich jetzt wohl bei ihm revanchieren will, indem er ihn nach Lindon, also in die Elbenwälde eingeladen hat. Aber jetzt nochmal zurück zu dieser Durins-Blut-Familie. Wir haben jetzt hier nicht Durin den Ersten, wir haben Durin den Dritten und den Vierten. Und wir haben ja auch in der Herr-Ringe-Zeit einen Durin oder in der Hobbit-Zeit zumindest. Oder ein Durins-Sohn. Wie alt werden die, wenn das auch schon so lange her ist? Ich hätte jetzt gedacht so, okay, wenn das jetzt mehrere Generationen sind, dann muss es ja Durin der Erste oder Zweite oder sowas sein. Aber wenn das jetzt schon der Dritte und Vierte ist, wie alt werden die, dass man trotzdem in 4.000, 5.000 Jahren später immer noch von Durin spricht? Die werden auf jeden Fall älter als normale Menschen. Das ist klar. Hier, Thorin gehört ja tatsächlich dem Königsgeschlecht an. Also der ist ein direkter Nachfahrer. Aber dort gibt es eigentlich keinen Durin mehr. Keinen lebendigen, nein, genau. Ja, aber er ist ja ein Abkommen davon, ne? Jaja, natürlich. Jaja, ja, okay. Das heißt ja, die Zwerge nennen sich ja auch selber Durins Volk. Jaja, genau. Und es gibt ja auch den, wo sich der Erebor für die öffnet, das ist ja der Durinstag. Das findet sich da also alles wieder. Jedenfalls wird er nach Lindon eingeladen und redet dann mit seinem Vater drüber. Und der meint dann so, ja, also hast du das Gefühl, dass da noch mehr irgendwie hintersteckt, als Elrond dir sagen will? Also geht es ihm hier wirklich nur um Eregion oder um mehr? Und Durin, bei aller Liebe zu Elrond, merkt man auch, dass er ihm doch nicht so wirklich traut und glaubt, dass da noch ein bisschen mehr im Busch ist, wortwörtlich. Und deshalb sagt dann sein Vater, ja, geh nach Lindon und finde es heraus, was dort im Busch ist. Und hier wieder ein Kompliment ans Make-up. Und abgesehen von der Stimme und den Augen erkennt man Peter Mullen gar nicht. Aber an den Augen, an den Augen erkennt man ihn. Ja, eben, genau. Das meine ich ja. Die Augen erkennt man, die Stimme erkennt man. Ansonsten ist es echt unfassbar. Ja, auch noch mal Props an den, wie heißt der denn jetzt noch mal, O'Vayne Arthur, glaube ich. Ja, O'Vayne Arthur, fantastische Besetzung. Der gefällt mir wirklich richtig gut. Das ist toll, das ist ein richtiger, waschechter Zwerg. Und guter Charakter allgemein. Ich schätze mal, dass allgemein mit diesem Misstrauen, das bereitet so ein bisschen mit auf das Zerwürfnis vor, zwischen Elben und Zwergen, was ja dann eine Thematik ist. Später. Das manifestiert sich hier auf jeden Fall schon, obwohl ja allgemein die Völker ja länger anscheinend nicht so richtig zusammengearbeitet haben, schon länger. Was sie ja auch in Folge 2 ein bisschen etablieren. Ja, es ist so ein bisschen abgekühlt hier, ne, das Verhältnis zwischen Elben und Zwergen. Ja, aber es ist halt keine Feindschaft. Es ist einfach nur, ja, die machen ihr Ding und wir und so. Ja, genau. Ähm, ich schätze mal, ich schätze mal, die Beziehung wird allgemein auch so ein bisschen zusammenwachsen und dann irgendwie noch weiter zerbrechen, äh, zwischen Elben und Zwergen. Wobei man sich jetzt schon fragen muss, ich meine, die haben das ja unter dem, äh, Berg entdeckt hier, das Mithril. Äh, da frage ich mich schon, wie sind die denn, also klar, vielleicht ist es einfach ein dummer Zufall, dass Elrond an ausgerechnet da aufgekreuzt ist. Aber wie kommen die denn auf die Idee, dass er davon Wind bekommen haben könnte? Die einfach, halt, Elben und ihre Magie und wer weiß, was die, wie auch immer. Keine Ahnung, halt, man, Leute werden sehr irrational und denken nicht mehr richtig, wenn's um solche Sachen geht. Ja, vor allem die Zwerge sind ja auch durchaus, äh, die sind ja auch gerne mal misstrauisch, ne, und auch geheimniskrämerisch. Das hat man ja auch schon im Hobbit gesehen, ne. Das hab ich, ich hätte irgendeiner, irgendjemand hat so einen sehr schönen Tweet losgelassen mit nem, ähm, mit nem Tolkien-Zitat. Zu der ganzen Sache mit den ganzen Leuten, die die Serie im Vorfeld schon gehatet haben und so. Und jetzt auch so allgemein wegen Dingen, die wirklich, wegen die man sich wirklich nicht beschweren sollte, die Serie hassen und so. Und dieses Tolkien-Zitat fasst es perfekt zusammen. Trolle sind schwer von Begriff und sehr misstrauisch allem Neuen gegenüber. Insofern bezeichnend, weil diese ganzen Hater ja, äh, aktuell oder eigentlich schon seit dem ersten Teaser, äh, mit einem Tolkien-Zitat um sich werfen, was überhaupt keine Quelle hat. Oh, welches? Äh, dieses von wegen, ja, das Böse kann nur zerstören, es kann nicht selber erschaffen, sondern nur das, äh, vernichten oder, oder eben, äh, besudeln, was das Gute hervorgebracht hat oder so ähnlich. Ach so, ja, ja. Und das ist kompletter, das ist kompletter Müll. Also Tolkien hat zwar sowas ähnliches gesagt, aber wie das immer als wortwörtliches Zitat verkauft wird, insbesondere, äh, ja, von Neurechten, äh, online. Die sagen, dass die Leute hinter dieser Serie als pure Böse sind. Ja, oder dass Amazon das pure Böse ist. Also, es ist, muss man nicht weiter drauf eingehen, aber das fand ich, das fand ich jetzt schon sehr bezeichnend in der Hinsicht. Ich fand, ja, ich fand einfach diesen Troll-Kommentar sehr schön, den Zusammenhang. Ähm, ich geh dann zurück, äh, zu den Südlanden, wo wir wieder bei der, ähm, bei der, bei dem Wachturm sind, wo wir wieder halt, sie nähern sich, sie, sie, sie nähern sich einander an und wir merken, und sie, sie berühren sich sogar leicht und man merkt halt, die haben eine Verbindung, die haben auch irgendetwas miteinander, aber sie, es, es fällt, es fällt ihm schwer, das zu zeigen. Also, Arondir und Bronwyn. Genau, Arondir und Bronwyn, ja, genau, und sie ist auf jeden Fall, beide sind auf jeden Fall halt, äh, erleichtert, dass es halbwegs, dass es ihnen halbwegs gut geht, äh, er hat sie ja gerettet und er kommt eben mit der Botschaft, die besagt, dass, äh, dieser Ada gesagt hat, dass, ähm, schließt euch, äh, schließt euch ihm an und ihr werdet leben, so ungefähr. Ja, also, ihr sollt auf das Land verzichten und ihm die Treue schwören, dann dürft ihr überleben, ansonsten werdet ihr vernichtet. Ja, also, heftig, ähm. Ja, eine heftige Drohung, da ist dann halt auch die Frage, äh, ja, ich meine, gut, er hat den, er hat den gehen lassen, im Grunde wird Arondir eigentlich zu seinem Herold so ein bisschen hier. Ja, interessant, dass er ihm halt auch seine Waffen mitgegeben hat wieder. Ja, das fand ich auch seltsam durchaus, also, verweis, vielleicht ist auch mit Arondir noch irgendwas, dass er von dem manipuliert wurde, oder, bin ich, bin ich gespannt, also, da, da könnte man zumindest einen interessanten Charakter für mich rausmachen. Was mir aufgefallen ist, einige der Orks tragen tatsächlich die, die Rüstungen von Arondir und seinen Leuten. Ja, das fiel mir auch auf, tatsächlich. Ähm, und eben, ja, das ist, eben passt auch zu den Orks, die Orks plündern und so weiter und ist klar. Ja, ich würde das dann auch wieder verwerten. Jedenfalls, äh, verlassen wir die beiden dann und gehen wieder rüber zu Bonvens Sohn. Und haben die sehr viel interessantere Szene. Ja. Welcher, ähm, wieder die Klingel betrachten möchte, dann aber, äh, unterbrochen wird von dem, von dem Wirt dort, äh, Waldreck. Ähm. Ganz, ganz wundervolle Performance auch. Äh, welcher sagt ja, du hast das Schwert gestohlen, den Schwertgriff gestohlen, der, den ich hatte. Ja. Wo wir denken, oh, okay, das war sein, oh. Das war in seiner Scheune, ne? Das war in seiner Scheune. Und dann sagt er, sagt er eben, oh, das, dann hast du jetzt schon von ihm gehört, Sauron, und hast du den, den Stern vom Himmel fallen sehen, das ist das Zeichen, dass er sich nähert und so weiter. Und halt, er offenbart sich im Prinzip als ein Gefolgsmann oder halt jedenfalls einer, der auf dessen Rückkehr wartet und bereit ist, sein Gefolgsmann zu sein. Ja, da ging mir auch so ein bisschen durch den Kopf. Also für mich ist der so ein, also angenommen, man überträgt es jetzt so in die heutige Zeit oder vielleicht hier in unsere reale Welt, das kommt mir vor wie so ein Altnazi, der, der noch irgendwie so ein, so ein Naziteller oder so in seinem Schrank aufbewahrt. So ein bisschen so, äh, hier, es gab mal so einen Film mit, äh, Ian McKellen als Altnazi, äh, von, hier, von, äh, Bryan Singer, der Musterschüler. Oh ja, der, ja. Na? Ja, richtig. Davon hatte das so ein bisschen was. Äh, Ian McKellen hätte ich gelebt. Genau, schön, ja, ähm, dieser Waldreck ist schon irgendwie eine komische Figur, ne? Man darf auch nicht vergessen, Arondir wurde ja in der allerersten Folge so auch so, ja, fast schon rassistisch angefeindet von, äh, von Rowan und sagte dann ja von wegen so, ja, eines Tages kommt unser echter König und befreit uns vom Joch eurer Stiefel. Und da dachte ich mir dann auch so, kommt dieser Einfluss vielleicht eher von dem Wirt jetzt so im Nachhinein? Ja, weil der lustig, weil der, weil der Wirt ja Ian ja eher so, von wegen halt, jetzt sei mal nicht so unhöflich, Junge und so. Genau. Ähm, wo man, was jetzt halt einen anderen Kontext annimmt, durchaus. Finde ich interessant. Äh, von, von wegen, ja. Von wegen, von wegen, don't spill our beans anstelle von jetzt sei mal nicht so unhöflich. Also ja, es ist durchaus, äh, ja, durchaus vielschichtig und sehr unheimlich, äh, wie er, wie er mit ihm redet. Es, es gibt doch Vermutungen tatsächlich, dass Waldreck auch Sauron sein könnte, wobei ich das jetzt hiernach nicht mehr so wahrscheinlich finde. Äh, was auch sehr auffällig ist an dieser Szene, man sieht nämlich schon, dass ich irgendwie, also wir, wir haben das ja in der zweiten Folge gesehen, dass Theo, äh, so Blut aus seinen Wunden gesaugt wurde. Ja. Und man sieht das jetzt auch hier nochmal, er hat so förmlich so Einstiche und sowas ähnliches, zumindest Narben davon hat, Waldreck auch. Das hat ja fast schon was von Drogensüchtigen. Ja, ist ja durchaus da diese, und wieder auch, aber ganz wundervoll etwas, was aus dieser Welt heraus selbst kommt. Ja. Wundervolle, dass jetzt die Real-Life-Dinge irgendwie zu sehr in your face, ähm, sind, also ... Fand ich, fand ich toll. Ja, sehr. Da wird auch immer veranschaulicht, dass dieser, dieses Schwert oder dieser Schwertgriff, dass das eine ähnliche Wirkung hat wie der Ring. Also, dass dieses Ding irgendwie süchtig macht und auszehrt, beziehungsweise Leben aus einem raussaugt, fand ich ein ganz starkes Motiv. Und diese Figur, äh, wie gesagt, der, der kam mir schon irgendwie in den ersten beiden Folgen doch ein bisschen seltsam vor. Und hier jetzt umso mehr, insbesondere, weil er auch auf diesen fallenden Stern verweist. Äh, wobei, da muss man jetzt überlegen, da sagt er dann jetzt irgendwie, ja, das ist schon ein paar Wochen her. Und dann hab ich mich schon so gefragt. Ja. Ähm, weil, also, so lange ist das ja noch nicht her gewesen, dann in Folge 1 und 2. Also, da ist wieder ein merkwürdiges Zeitproblem für mich an der Stelle. Ja, ganz leicht. Man kann sich gut vorstellen, dass da, äh, dass da, ähm, Acha und Dior und Konsorten definitiv halt mehr als ein paar Tage in den, in der Gewalt der Orks waren. Und dass die hier auch schon ein bisschen länger in diesem Turm hier sind, ist absolut nachvollziehbar, wenn man ja auch so gewisse Reisewege bedenkt und so. Ja, aber ja, es ist ein bisschen, ähm, und wer weiß, wie viel Zeit, nee, jetzt kann nicht allzu viel Zeit vergangen sein zwischen ihrer Rückkehr. Aber ja, es ist ein kleines bisschen, ja, es ist ein kleines bisschen schwierig. Ähm, Kenny, wie, wie hat's dir denn so gefallen oder was hast du da so für Gedanken zu? Also, ich fand die Szene beeindruckend, als, ähm, Theo sich dieses, dieses Schwert, diese Klinge, äh, in den Unterarm steckt, um es zu erwecken mit dem Blut. Das, das, das ist ja, das steht ja nirgendwo geschrieben, dass er das so machen muss, dass er das Ding so bedienen muss. Da gibt's ja keine Bedienungsanleitung dazu. Und als er die Klinge das erste Mal benutzt, hat er ja noch irgendwo eine Wunde, wo das Blut aus der Wunde kam, das Schwert aktiviert hat, oder diese Klinge. Und dort wusste er instinktiv, ich muss mir jetzt diesen, diesen Griff in den, in den Arm rammen, um es zu erwecken. Und dann plötzlich kommt dieser Wirt und hat genau an der gleichen Stelle diese Narbe. Ja. Das zeigt ja auch, dass du nicht irgendwie auf die dumme Idee kommst, ja, wir können nicht das Schwert mehr aktivieren, sondern, dass dir das Schwert wahrscheinlich sagt, wie du es zu bedienen hast. Durchaus. Quasi, ne, dass quasi diese, diese Klinge seinen eigenen Willen oder sein eigenes Leben hat und halt quasi einfach nur ein, ein Werkzeug des Bösen ist, um alle, die es quasi besitzen oder irgendwo finden, äh, in seine Macht zu ziehen. Das könnte so ein Zeichen für Nazgul sein. So dieses, diese, 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 diese absolut gedankenlose Volksschaft, dieses, ich mach alles, was der will. Ja, es könnte gut sein, dass, ich meine, die hier haben nix mit, mit Königin und so im Hut. Es ist ein, sie ändern das auch. Ja, es ist ja, ich meine, wir haben ja noch Hallbrand, ne? Äh, der wahrscheinlich dann irgendwie der verschollene König ist. Eben, Hallbrand, also wie gesagt, er hat, er hat das, er hat das Potenzial dazu. Also, wer weiß, ob einer von den beiden halt in dem Sinne noch vielleicht wieder eine Figur wird, die wir dann kennen, keine Ahnung. Also, ich fänd's, ich fänd's spannend, wenn aus Theo tatsächlich Saurons Mund wird. Das würde passen. Ich hatte auch kurz die Idee, weil, äh, ja, das, 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 das wäre, das wäre durchaus nachvoll. Er ist, er ist ein Mensch, er passt auch in dem Sinne zur Beschreibung von einem Volk, das längst vergessen ist, so gesehen. Ja. Ähm, äh, äh, das, das, das würde alles halbwegs, äh, passen. Äh, für die, oh, für diejenigen, für diejenigen, die es auch nicht wissen, ähm, weil es wird ja nicht namentlich gesagt, Saurons Mund ist derjenige, der in der Extended Edition von Urkehr des Königs aus dem Tor kommt. Und, ähm, kurz als Herold fungiert und dann den Frodo's Kettenhemd gibt, der mit diesem widerlichen Mund und, äh, dem augenlosen Helm, ähm, äh, genau, der ist nur in der Extended Edition, ähm, er hat ein kleines bisschen mehr Dialog noch im Buch. Ja, wundervoll, äh, wundervolles Design, ähm, tolle Szene. Wundervoller Auftritt von Bruce Spence, glaube ich mal. Ja, Bruce Spence, ähm, Nerdfilm, äh, Staple allgemein. Aber sowas von. Kennt ihn aus Mad Max, er ist im dritten Matrix. Ja. Australischer Schauspieler, glaube ich, also müsste ja. Ja, ich glaube auch, äh, in, in, ich glaube, in einem Star Wars war er auch drin, ähm, ich glaube in, in. Oh ja, ja, stimmt, er ist ja in SNAP-Eason 3. Genau, äh, auf, auf Uta Pau, ja. Er hat einen Mini-Auftritt in Netflix's Love and Monsters, ich schätze mal als so eine kleine, ähm, als so einen kleinen Mad Max-In-Joke, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja, ähm, was man hier noch auf jeden Fall, äh, um jetzt hier nochmal drauf zurückzukommen, äh, also ist, Waldreck, liegt ihm irgendwie nahe, dass diese Klinge, gefertigt wurde für ihre Vorfahren und vom Meister persönlich geschaffen wurde. Also von Sauron selbst, was ja dann auch dazu passen würde, dass diese Klinge irgendwie ähnliche Charakteristika aufweist wie der Ring später, ne? Fand ich eine großartige Szene, also generell dieser Waldreck, ich meine, es ist einfach nur so ein, so ein, so ein alter Wirt halt und wie der dann, also auch wie sieht das dann mit der Stimme, machen, wo er dann plötzlich anfängt von Sauron, ne? Ja. Großartig. Mit, also mit meiner Lieblingsszene in dieser Folge. Ja, das war wirklich eine starke Szene. Ist klasse gemacht, die, die, die fügt einem noch sehr viel mehr hinzu, ähm, und ganz kurz sind wir wieder bei, ähm, bei Ada, welcher, welcher den Wark beim Fressen beobachtet, auch mit diesem so, ähm, liebevoll, faszinierten Gesichtsausdruck. Äh, ein Ork kommt zu ihm und sagt, wir wissen, wo sie ist, da im Turm und so. Ja, sie wollen den Griff haben, ne? Die, die Klinge, genau. Super, äh, nur super kurz, ähm, aber, aber, äh, gut ihn einfach nochmal zu sehen, weil, ey, er ist, er ist cool. Dann kommen wir auch schon, ähm, zum Ende letztendlich, weil da sehen wir Galadriel, wie sie sich anschickt, Numenor zu verlassen. In der ursprünglichen Form eben, wo dann halt, ja, du wirst jetzt Bewachter weggeschickt. Steigt auf so ein Boot, womit sie dann weggerudert wird, dann wahrscheinlich zum Schiff. Äh, schöne Musik an der Stelle tatsächlich. Eine gesungene Version ihres Themas erst mal. Ja, die ist, die ist toll, die ist toll. Ja, das gefällt mir. Ich glaube sogar, die Sängerin ist, weil, weil, es steht im Abspann, ähm, Solistin. Und ich, ich glaube, ich glaube, das muss halt ihre Stimme sein. Das ist tatsächlich Beer McCreys Frau, ähm, Raya Gainsborough, glaube ich, heißt sie. Oder, ähm, ich, ich bin mir nicht mehr hundertprozentig, Moment, ich hatte sie aufgeschrieben. Also, auf jeden Fall heißt sie Raya mit vornamen. Genau, Raya Yarbrow heißt sie, genau. Und das ist halt, also, sie ist hier als Gesangssolistin aufgeführt. Und ich schätze, das hier muss sie sein. Und das ist, sie ist tatsächlich mit Beer McCreys verheiratet. Sie hat schon öfter bei seinen Soundtracks mitgewirkt. Okay, wusste ich nicht. Bevor sie dann, ähm, tatsächlich den Hafen aber verlassen kann, fangen an, die Blütenblätter zu fallen. Und das ist dann die, die, die Warnung so allgemein für die Königin, wo sie dann denkt, oh Mist, nee, da ist etwas dran. Und das ist eine, so eine Montage, wo auch so, wo auch so ein bisschen hinter das Licht geführt werden allgemein. Mhm. Weil, ähm, wir dann erst denken, oh, hat sie, hat sie die Stadt jetzt tatsächlich verlassen? Aber nein, sie sagt, sie sagt dann, letztendlich, sie hält diese große Ansprache, hat so einen bedeutsamen Blickaustausch auch mit ihrem, ähm, mit dem. Pharrason. Ach, wie hieß der noch? Pharrason, danke, ich will Parzival sagen. Äh, und, äh, ähm, oder auf jeden Fall sagt sie dann halt, und ich habe mich entschieden, wir werden sie, äh, ich werde sie persönlich begleiten, auch bewaffnet, und wer auch immer sich freiwillig melden will, wir sehen kurz Heilbrand, und das ist eben dieser Shot, den ich meine, dieser schöne Shot, und dann sehen wir ihn oben dort stehen, und es scheint so, ne, ich bin zu, es scheint so von wegen, ich bin, auf jeden Fall, er ist wieder auf freiem Fuß, das ist einmal etwas. Ja, das wunderte mich auch wirklich. Also, nur weil man jetzt mit Galadriel konspiriert, äh, spricht das ja halbrand nicht von seinen Sünden frei, also, das fand ich etwas random. Ich schätze mal, vielleicht könnte es sein, dass wir, dass wir in der nächsten Folge sehen, oh, das war, das war etwas, was Pharrason, ähm, angeordnet hat. Ja, vielleicht. Man merkt, dass da irgendwas fehlt, ne, erst war sie mit dem Boot auf dem Wasser, und plötzlich, cut, läuft sie in diese Halle rein, und er ist frei. Also, muss da zwischendurch noch irgendwas passiert sein, was wir nicht wissen. Ja, ich, ich dachte mir auch, sind die mit dem Boot vielleicht einfach nur mal so, äh, um das Schiff, was sie wegbringen sollte, einmal im Kreis rum, und dann direkt wieder zurück zum Palast, also, das war so ein bisschen, das, das war auch so ein bisschen auf Überraschungseffekt getrimmt, dennoch fand ich's ne, 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 ne tolle Szene, also, hier, äh, Miriel soll dann ja eine große Rede halten, äh, sind dann ja, also, es ist schon auch ein starkes Bild, wie diese Blätter dann vom Baum fallen, und man hat ja schon gehört, wie sie das interpretiert, äh, dass es die, die Tränen der Vala selbst sind, als Mahnung an die Sterblichen, die ja auch bekanntlich nicht in den unsterblichen Lande kehren wollen, und, äh, Miriel, äh, mahnt dann ihr Volk, dass sie jetzt abwägen müssen, wer sie eigentlich sein wollen, sollen wir jetzt unserer Vergangenheit nachhängen, oder? Da sollen wir unsere Zukunft in die Hand nehmen, und deshalb entscheidet sie dann, die Elbe, Galadriel, zurück nach Mittelerde zu begleiten, laut Pharrason stechen sie dann in zehn Tagen in See, und Elendil steht dann auf dem Platz und nimmt die Namen der Freiwilligen entgegen, die sich da melden, erst ist das sehr zögerlich, weil die misstrauen ja auch bekanntlich der Elbe, und werden dann ja wahrscheinlich noch mehr Elben treffen in Mittelerde, aber so nach und nach melden die sich dann, darunter Isildur. Und seine Freunde auch. Genau, richtig. Ja, die haben ja jetzt nichts anderes mehr zu tun, das ist so, hat so ein bisschen so was von im Westen nichts Neues, ne? So eine gewisse August-Euphorie. Ja, ja, also von wegen halt, das ist unsere Chance dann uns trotzdem zu beweisen. Spartacus, nein, ich bin Spartacus. Sie, ähm, seine Schwester beobachtet das alles, und Galadriel sieht auf jeden Fall zufrieden aus von, ach, Gott sei Dank, es geht, es geht los, und, ähm. Dann ist Milito. Ja, das ist Ende der Folge, episches, episches Ende, und etwas, was halt, äh, wir rollen auf, wir rollen auf große Entwicklungen zu, halt jetzt sind so alle halbwegs so ins, also alle Völker sind jetzt so irgendwie ins Rollen gebracht worden, so alle, alle Parteien sind in Bewegung, oder kurz davor, und, äh, ja, Gott, ach Mann. In dem Sinne, passiert ist, ist wirklich eine Riesenmenge passiert hier, und es ist da gar kein Wunder, dass hier dann, dass hier, dass hier nichts von den Haarfüßen ist, und, ähm, das ist auch etwas, weil einerseits halt bin ich halt, weil ich mag die halt gerne, aber andererseits, nö, ist schon absolut verständlich, weil alles, was hier passiert bei den anderen Parteien, ist wichtig. Und, ähm, da, da, hier wollte, hier würde man nichts von missen wollen. Ja, also die hätten das hier, also ich mein, die Folge ist ja, ich glaub, das ist die bislang längste Folge, mit Abspann 71 Minuten oder so, und hätten sie die Haarfüße dann auch noch hier reingestopft, dann, ach, nee, und wie gesagt, also die sind jetzt ... Und dann hätten sie eben, und dann hätten sie etwas anderes lassen müssen, und das wär dann schade gewesen, nee, wir wissen erst mal, wie's bei den Haarfüßen aussieht, die kommen dann in der nächsten Folge, mal sehen, was da passiert. Ähm, aber, und wer weiß, wo wir dann wieder einsparen, aber hier, was alles hier passiert ist, ähm, war schon wichtig. Fühlt sich relevant an, vor allem an vielen Stellen, also man hat so langsam einfach das Gefühl, dass es jetzt mal wirklich um was geht, dass wirklich auch jetzt eine gewisse Fallhöhe besteht, vor allem für Numenor, und deshalb, ja, kommt jetzt so wirklich mal Leben in die Serie, und deshalb kann ich schon mal, äh, bevor wir da jetzt so nach und nach noch unser Fazit abgeben, und dann soll man zum Ende kommen, kann ich schon mal sagen, das war für mich die bislang beste Folge. Diese Serie hat, äh, den, den leichten Aufwärtstrend, den ich seit der zweiten Folge gesehen habe, äh, beginnt mit der zweiten Folge, setzt sie jetzt fort, und so langsam entwickelt sich's wirklich von so, ja, ganz okay bis ganz nett und solide, zu wirklich gut. Gut, also diese Folge war kurzweilig, die war spannend, die war gut inszeniert, bis auf diesen, ja, diese Waldverfolgungsjagd, die, da konnte ich gar nichts abgewinnen, da, da kommen dann halt wieder die Marotten, äh, von Wayne Jipp, äh, raus, mit denen ich nicht so gut leben kann, aber ansonsten hat sie mir doch ziemlich, ziemlich gut gefallen, und, ja, da muss ich's leider sagen, man merkt es, kaum bleiben mal die Haarfüße beiseite, kommt die Serie ja auch mal irgendwie in vielerlei Hinsicht vom Fleck, äh, gewisse Sachen gehen vielleicht ein bisschen sehr schnell, wobei ich nicht sagen würde, dass es unglaubwürdig ist hier mit, äh, Galadriel und, und, äh, Miriel, wie die zueinander finden irgendwo auch, hat mir sehr tatsächlich gefallen, aber ich glaub, jetzt überlasse ich dem Kenny mal das Wort. Ja, also ich bin ja nun gespannt, wie's weitergeht, ähm, ich fand bis jetzt, es war nicht die beste Folge bisher, ich glaub, Folge 3 oder 2 fand ich einen Ticken besser, weil es halt hier wirklich sehr politisch war und viele Konversationen, was auf der einen Seite gut ist, aber auf der anderen Seite hätt ich gerne ein bisschen mehr Action, ich fand zum Beispiel die, die Szene in dem Wald mit diesen Slowmotion, ähm, Motherfucker, geil, Gedöns, fand ich geil, von daher, ich, ich würd mich wieder ein bisschen freuen, wenn's ein bisschen positiv wird, deswegen ich würd mich freuen, die Hobbits mal wieder zu sehen und gucken, wie sich Gandalf, oder wenn's Gandalf ist, wir wissen's ja nicht, äh, weiterentwickelt, also ich, ich freu mich auf alles, was da kommt, und die ganzen Handlungsstränge, die einzelnen, die wir grad haben, müssen ja mal irgendwann aufeinandertreffen, wir wissen ja, Elrond und Isildo müssen sich irgendwann mal kennenlernen, äh, die reisen jetzt ja nach Mittelerde und auch da werden sicherlich Charaktere endlich mal aufeinandertreffen und da bin ich gespannt, wie das so zustande kommt, dass alles zusammenkommt, was zusammengehört. Ja, das ist wirklich überfällig, dass Charaktere so langsam auch mal zusammenkommen. Das Ding ist ja, Elrond weiß ja, weil laut, laut Elrond ist ja Galadriel längst da irgendwie, in Valinor lässt sich's gut gehen, der hat ja gar keine Ahnung, was da alles passiert. Nee. Da hat ja keiner mit Leerde eine Ahnung von, was da in Núminor abgeht. Entsprechend ja, aber ansonsten halt, Elrond weiß ja auch nicht, was in Südland passiert oder wie auch immer, und kaum einer weiß da von den Haarfüßen, was ja garantiert auch noch in irgendeiner Form noch relevanter wird. Mich stört an sich gar nicht, weil wir hatten ja auch spekuliert darüber, ich hatte ja gesagt, das mit den Haarfüßen wird wahrscheinlich so deren eigene Story so ein bisschen im Upseiz. Selbstverständlich wird das noch irgendwie da mit reingehen, in das große Ganze. Ich meine, jetzt hat das, für uns hat das ja was mit dem großen Ganzen zu tun, garantiert, weil mit dem Sternenfall und so weiter. Ja. So oder so, auch meine Lieblingsfolge war das auch nicht, aber ich fand einfach, das Ding ist einfach, alle Handlungsstränge fand ich einnehmend. Ich fand alle Handlungsstränge interessant. Ich war nicht frustriert, wenn wir irgendwie von einem zum anderen geschnitten sind, sondern, oh ja gut, und was passiert jetzt hier? Also, dass eben dieser Effekt nicht entsteht, dass ich halt, oh, ich will aber lieber bei denen bleiben, sondern nee, ich find alles gleichwertig interessant und einnehmend. Das ist gut an dieser Serie. Und das war auch gut an dieser Folge eben, dass überall etwas Interessantes passiert ist durchaus. Und ja, ich mag nach wie vor halt, wie gesagt, super viel Action brauch ich auch nicht, aber ich mag, dass der Gewaltgrad nach wie vor ist sehr schön. Und ich finde, das, was wir von Ada gesehen haben, es ist wahnsinnig cool. Ich mag das, was bisher sonst auch so vorbereitet wurde und so. Ich mag nach wie vor die Locations, ich mag die SchauspielerInnen, alles. Also, ich bin nach wie vor voll dabei und bin mega, mega, also, ich freu mich jedes Mal aufs Neue und die Woche kann nicht schnell genug vergehen, dass dann die neue Folge immer kommt. Okay, die Woche ging jetzt relativ schnell rum. Wir kriegen jetzt im Moment dann nur noch, nur noch eine Woche pro Folge, äh, eine Folge pro Woche. Äh, mir persönlich reicht das, aber ich bin jetzt doch, also, ich meine gut, wir sind jetzt auf der Hälfte der Staffel, äh, aber so langsam ist das Setup jetzt auch mal durch. Äh, wenn die Serie dann jetzt wirklich mal langsam aber sicher in die Vollen geht, dann, äh, freue ich mich sehr auf die zweite Hälfte. Es wirkt immer noch so ein bisschen, wie gesagt, also, für mich hat sich bei dieser Folge tatsächlich wieder doch bemerkbar gemacht, dass hier unter anderem auch die Showrunner mitgeschrieben haben, was zu diesen leider sehr kurzen und irgendwie für sich nicht allzu gut bestehenden Szenen geführt hat. Aber insgesamt ist die Serie auf einem guten Weg. Also, diese Folge, das war die erste, die mich wirklich in weiten Teilen überzeugen konnte. Ja, äh, schreibt gern in die Kommentare, was ihr so denkt, was habt ihr so für Theorien vielleicht noch zu A da oder für Sachen, die wir vergessen haben aus der Loa. Äh, oder natürlich, äh, die neueste Sauron-Theorie oder auch nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, äh, Kenny hatte ja schon gemeint, die Zwergenkinder könnten vielleicht auch noch Sauron sein in Disguise. Und ich glaube, ich hab irgendwo, ich hab glaube irgendwo einen Vogel gesehen, da könnte es auch sein. Auf jeden Fall, ja. Der Feind hat viele Späher in seinen Diensten, Vögeltiere. Ja. Äh, lasst uns das alles gerne wissen. Äh, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann könnt ihr uns auch gerne bewerten. Neuerdings auch auf Spotify oder eben Apple Podcasts, da würden wir uns sehr drüber freuen. Ansonsten auch gerne eine E-Mail, ganz oldschool an tele-stammtisch.de. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel-Drupp. Es hat mich sehr, sehr gefreut, war sehr interessant, äh, Meinungen auszutauschen. Ich freu mich auf nächste Woche. Kenny, vielen, vielen Dank an dich. Vielleicht bist du ja nochmal dabei, mal schauen. Ich würde mich sehr freuen, auch wenn ich, ich fühle mich hier ein bisschen wie das dritte Rad am Wagen, weil, weil ihr wisst zu viel und ich weiß so wenig, ähm, es ist halt schwierig, da mitzuhalten mit euch. Ihr seid da wirklich echt die krassesten, kompetentesten Leute, die wir finden konnten für den Podcast. Da mal ein Shoutout an euch. Ähm, ja. Ist schon krass, ist schon krass. Aber wir lassen es wählen. Ich, ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Ja, natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich viel damit machen darf, natürlich. Aber ich freue mich auch auf jede Folge, wo ich nicht dabei bin, die ich dann hören kann. Das ist auch super. Alles klar. Damit würde ich sagen, klinken wir uns aus. Lasse bis nächste Woche, auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Genau. Namahri. Bis dann. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.